Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Let's get it on, würde ich mal sagen. Let's get it on. Singst du uns jetzt was? Wir haben heute Gäste da, die können ja ein bisschen singen für uns. Willst du gleich abdrücken? Steig dir mit Marvin Gaye ein. Wir wären ein bisschen zu sexy dafür, dass hier vier Straight Men an einem Tisch sitzen, oder? Bist du dir da so sicher bei allen Beteiligten? Dass es Straight Menner sind? Ja. Nee, aber ich kann ja mal fragen. Ja, vielleicht ist da der ein oder andere bei Curious. Was geht ab bei dir? Ich sag niemals nie. Nichts muss, alles kann. You never know. I'm gonna see what happens, weißt du? Gute Einstehung. Go with the flow. Eben, ja, Fehnchen im Wind. Mal gucken, was passiert. Wie sieht's denn bei den beiden Herren aus? Wen haben wir denn heute? Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Premiere. Wir haben zwei Supporter am Start. Mega geil, ja. Zwei Supporter vor Mike. Auf jeden Fall. Yes, Sir. Ja, das ist Amko. Hallo, Sir. Und dann haben wir Dennis zum zweiten Mal am Start. Ja, moin. Sehr geil. Ja, ich freue mich sehr. Beide von Weitem hier extra angereist, um Podcast mit uns aufzunehmen. Ja. Sehr anständig. Aus dem tiefsten Ruhrpott. Und nicht ganz so weit. Nee, aus Niedersachsen. Niedersachsen. Aber nicht weit weg vom Ruhrpott, direkt an der Grenze zu NRW. Okay. Und zum zweiten Mal schon bei uns hier live. Ja. Der Azubi. Gut eingezackt. Bist du immer noch so nervös wie letztes Mal? Nö. Sehr gut. Jetzt geht's. Okay. Amko, wie sieht's bei dir aus? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ist okay. Amko ist ja DJ-Kollegen von mir. Der weiß ja wie Herr Maik und so. Ja, das geht wohl. Ist ja groß geworden hier mit Hip-Hop. Ich kann auch eine Intro machen, wenn du wolltest. Ach so, okay. Aber müsste der Beat und so? Bewegt Bild-Banaus. Der ist schon nice, oder? Ja, klar. Ich hab auch grad schon mitgewippt. Wollte grad sagen, das Hip-Hop-Herz muss doch da aufgehen. Der ist ein Headbanger. Definitiv. Und dann höre ich mir irgendwelche Game-Show-Intros von irgendwelchen Kollegen an, wo ich denke, nein, gefällt mir nicht. Ja. So, okay, was können wir GEMA-frei bekommen? Das klingt okay. Das können wir nehmen. Ja, stimmt. Das ist dann oftmals so belanglose Fahrstuhlmusik, ne? Ich mach mal was mit meinem Game-Boy. Mhm. Ja, das wär schon wieder cool. Ja, das stimmt. Ein Nachritt-Intro. Ja, ist cool. Warum nicht? Ja. Das stimmt. Tja, wie geht's euch? Seid ihr fit? Ja, auf jeden Fall. Ja. So fit, wie DJ sein können am Sonntag. Ja, ja. Mir geht's gut. Das ist gut. Und ich freu mich auf jeden Fall, hier zu sein. Wir haben's noch nicht angefangen, aber nochmal hier meinen Respekt. Aber wie viel ihr Podcast raushaust, ist echt cool. Also auch den Leuten, die ich jetzt irgendwie immer rausgebe, ey, du hörst das an und das ist echt cool. Und die sind sehr beeindruckt, dass ihr da in der Woche so und so viele Folgen raushaut und wie lange und wie viel und wie detailliert. Und nochmal auch von den Leuten Respekt. Vielen Dank. Danke, danke. Ja, ich hab euch auch schon fleißig weiterempfohlen. Also von meinen Kumpels sind auch schon ein paar aufgesprungen. Sehr gut. Ach, sehr gut. Können wir zurückgeben, das kommt jemand an. Ihr seid auch sehr vorbildlich, dass ihr uns auch ein bisschen supportet und hört und so. Das ist ja... So soll's sein. Supporten draußen. Ja. Best train steady und so. Ey, tut es. Das, was Amko sagt. Ja, einmal das. Ja, das macht ihr beide schon recht lange. Vielen Dank mal dafür. Aber, also wir kennen uns ja mittlerweile auch persönlich. Amko kenne ich schon ewig. Den ist noch nicht so lange, aber das sag ich ja mal wieder, durch dieses ganze Supporterschaft entsteht halt auch irgendwie sowas wie so eine neudeutsche Community, die sich untereinander austauscht und das find ich immer echt cool. Ja, definitiv. Und wenn man dann gerade bei Letterboxd irgendwie so liest, der und der hat einen Film geguckt wegen mir, weil ich den mal geguckt hab, hab ich noch nicht... Und dann denk ich immer so, krass. Ja, voll gut. Ja, das ist schon... Wir sind ein krasser Influencer geworden, ja. Leute gucken irgendwelche Filme, weil wir die irgendwie rezensiert haben. Wahnsinn. Naja, aber es zeigt ja auch einmal mehr, dass das halt ein Thema ist, was die Leute verbindet. Also so Liebe zum Film ist halt schon auch was, das ist generationenübergreifend, auch wenn wir hier alle ähnlich alt sind. Das sind wir wieder. Die weißen straighten Cis-Männer. Ja, ja, wir sind alle mit 20 Jahren ungefähr im gleichen Alter. Die Junggebliebenen. Okay. Ich hab mir für meine erste Ausbildungswoche auch extra ein Namensschild gemacht. Halt! Das werde ich jetzt mal anheften. Okay, wie stark, ey. Wie cool ist das. Alter, okay. Großartig. Das ist eigentlich mein Namensschild von der Arbeit. Das hab ich mal ein bisschen umfunktioniert. Das muss jetzt ein bisschen umfunktioniert. Großartig. Du musst gestern natürlich nachher abfotografieren. Ja, definitiv. Muss ins Internet. Damit man mich auch erkennt. So, bei uns kriegen Praktikanten und Auszubildende auch immer so eine extra Weste an, damit man weiß, das sind die Idioten. Ach so, ja. Und da ich keinen Herzschrittmacher hab, kann ich das mit einem Magneten auch locker tragen. Okay. Dann müsst ihr ja bald für den so eine Zwischenprüfung oder sowas machen. Das ist auch klar. Oh, ach du Scheiße. Naja, das Bash war ja schon so ein bisschen was wie eine Zwischenprüfung. Ja, aber es ist schon angebracht, dass ein Azubi auf jeden Fall eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung machen muss. Das leuchtet ein. Ja, aber da hat er mit dem Bash doch dreimal bestanden. Hat er nicht. Hat er verloren. Eben. Du bist so. Ich hab jeder, Alter. Ganz einfach. Man könnte sagen, ich hab die Abschlussprüfung verkackt. Der Lehrer war einfach zu streng in der Abschlussprüfung. Ich würde auch sagen, ja. Der Lehrer. Hinter die Hinten. Ja. Ach so. Doppelter Boden. Auch wenn es jetzt farblich auf jeden Fall ist. Ist hart. Ich hab mich schon in dem Mashup, dass du eine Wooting-Mütze zu dem Architects-T-Shirt trägst, ist schon ein krasser Mashup. Aber gut, deck deine musikalische Vielfalt ab. Aber unsere Farben da jetzt mit dem Logo beißt sich ein bisschen. Ich hab auch für, wenn ich mit ein paar Kumpel, meine Kumpel sind alle so Metal-Heads, wenn ich mit denen auf Konzerte fahre, hat man natürlich so eine Kutte an. Natürlich. Die gehört dazu. Weil alle mehr du hättest mit der Kutte rum. Genau. Und alle anderen haben natürlich irgendwie so Metallica, Megadass Slayer und alles drauf. Und ich hab halt erstmal ein Wooting-Patch drauf. Und alles, was mir eben vorhin war, gefallen hat. So Blink-182. Und natürlich aber auch sowas wie Terror und Architects und sowas. Und ganz viele kommen dann auf Konzert so auf mich zu und gucken mich immer so schräg an und sagen so, das ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch komisch. Aber ich will halt, dass mein gesamter Musikgeschmack da drauf ist und nicht nur das, wo ich hier heute jetzt gerade bin. Warum ist dann Taylor Swift Patch neben Iron Maiden? Wirst du dann gefragt, ja. Ich mag Taylor Swift. Oh, siehst du. Oh, shit. Aber wirklich. Tay-Tay, wie ich gelernt habe. Nichts gegen Tay-Tay. Trouble, Trouble. Ja. Nichts gegen Tay-Tay, genau. Haters Gonna Hate, oder wie war das? Ja, eben. Sie wusste, was auf sie zukommt. Ich shake das auf. Nick Cannon hat übrigens gerade im Interview gesagt, dass er sein 13. Kind gerne mit Tay-Tay machen würde. Das war seine Aussage. Das sind doch Live-Goals, oder? Also so, mein 13. Kind möchte ich dann mit Tay-Tay. Genau, er sucht sich einfach mal die Mutter aus von seinem 13. Kind, bevor die überhaupt miteinander geredet haben. Okay. Kann man so machen, oder? Go with it. Oh mein Gott. Man muss auch Ansprüche im Leben haben. Ja. Aber Dennis hat nicht nur filmisch einen breiten Geschmack, sondern auch musikalisch. Ja. Und du bist ja auch nicht nur Hip-Hop am Co, oder? Ne, genau. Ich bin da auch ziemlich breit gefächert, aber jetzt auch kein, also, kommen wir jetzt nicht um die Ecke mit Schlager. Ne, aber so elektronische Ecke, findest du auch gut? Weil es gibt ja viele Hip-Hop-DJs hier, zum Beispiel so Harris von den Specialisten, der legt ja mittlerweile nur Elektro und Haus auf. Also, die sind mittlerweile alle so ein bisschen rübergewandert. Dann ist... Ist richtig, ja. Ja, also, es kommt da auch, aber auch kommt es nochmal an, welche Richtung das genauer genau geht, weil alles kann ich mir da auch nicht geben. Also, die ganze neue EDM-Geschichten. Ja, die Tomorrowland-Musik, die find ich auch schlimm. Genau, genau. Einfach nur voll gemacht mit irgendwelchen Highlights, beziehungsweise mit irgendwelchen Drops und dann geht's wieder runter und nur ein nächster Drop und ein nächster Drop. Das ist irgendwie nicht so mein Ding, aber elektronisch kann ich mir auch so unseren Kumpel Özgür, so Nine Toes, sehr gern geben, weil er einfach so irgendwie entspannte elektronische Musik, das kann man sich irgendwie auf jeden Fall auch auf einem Festival oder sowas geben. Aber das ist so, der das alles aufumfasst auf jeden Fall. Cool, cool, cool. Ja, ich find's ja auch immer ein Unterschied, ob man sich halt was geben kann, also wenn's tolerierbar ist oder ob halt irgendwie dein Herz dafür schlägt. Ja, klar. Aber ich finde zum Beispiel, also so elektronische Musik, so Elektro, grad diesen Minimal und so, find ich zum Feiern eigentlich ganz cool. Das ist jetzt nichts, was ich mir privat anhören würde, aber wenn du so weggehst mit den richtigen Leuten und... Echt Minimal, Alter? Ist gut drauf, ja, ja. Also für jemanden, der keine Drogen nimmt, wundert mich das gerade sehr, dass du da... Wenn du so eine geile Anlage hast, dann ballert das schon. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Musik, ich würde mir das nie privat anhören. Aber so um sechs Uhr morgens nach dem Club irgendwie... Machst du immer noch so 18 Stunden Berghain? Noch so ein bisschen After Hauer? Nee, nicht 18 Stunden Berghain. Genau. Ein bisschen After Hauer, Alter. Das ist ja der Witz, das finde ich halt so krass, dass gerade Leute, die auf Minimal weggehen, dass das dann immer so ein stundenlanges Ding ist. Ja, wir sind dann, wir hatten ja Rocket Sage, da war ja mehr so Gitarrenmusik angesagt und dann, wenn wir da feiern hatten um fünf, halb sechs, sind wir halt so mit den Barkeeperinnen und so und zwei, drei DJs sind dann nebenan in so einen Elektroschuppen gegangen und das war immer ganz witzig. Aber ich bin dann nicht bis 14 Uhr aufgestürzt, sondern ich war da zwei, drei Stunden. Okay. Aber wie gesagt, zum Feiern ist es ganz cool. Aber da unterhält man sich, glaube ich, ein bisschen mehr, oder? Ja, bei so Minimal, ja klar, also das dann, also die Musik läuft dann, aber du quatschst dann halt mit deinen Kollegen, weil das ist halt so Nebenbei-Musik. Ja, ein bisschen schon, aber man kann schon auch gut dazu tanzen, finde ich. Okay. Also als ich heute Morgen in den Zug eingestiegen bin, kamen auch noch die letzten Versprengen aus dem Club, so Viertel nach acht. Ich dachte, Leute, get a life, was ist mit euch? Gab es da nicht auch irgendwie so eine Technoparty, die direkt irgendwie im Zug stattfand, wo irgendwie ein Zug quer durch Deutschland gefahren ist und dann drinnen Highlight war? Ja, 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 habe ich auch gesehen, aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht mitbekommen, aber auf dem, also ich wohne relativ nah an so einem Bahnsteig und da war dieser Zug und die haben dann die Folge gefeiert und die haben das kurz angeguckt und dann habe ich wieder die Türen zugemacht. Lass es mal. Nope. Wo ist hier der Schlafhaggon? Ja, ja, ja. Hinten durch. Oh Mann. Cool. Ja, jetzt mal kurz zum Line-Up für heute. Ihr wart ja so nett und habt euch knallhart auch Auftragsfilme für uns angeguckt. Ja. Und da haben wir heute ein Gemeinsam, wir nehmen ja noch eine Support-Episode mit euch auf. In dieser gleichen Konstellation, richtig. Gab es auch noch einen anderen Film. Das heißt, heute hat jeder ein Projekt und am Ende machen wir eben den Gemeinsam. Genau. Genau. Und Dennis, muss man dazu sagen, hat sich beide Auftragsfilme ausgesucht. Also er hatte die Qual der Wahl. Klingt gerade so ein bisschen nach Schuldzuweisung. Überhaupt nicht. Das war einfach nur eine Information. Nein, ihr beiden hättet sie ja so oder so gucken müssen. Also wenn ich mich bei jemandem entschuldigen muss, dann mal angucken. Je nachdem, wie es ausgeht. Das stimmt ja, früher oder später hätten wir ihn eh gucken müssen. Das ist jetzt heute natürlich wieder so der unberechenbare Faktor. Wir haben natürlich keine Ahnung, wie Amco generell so Filme einstuft. Und bei dir wissen wir es jetzt auch noch nicht so hundertprozentig. Ja, aber Amco und ich sind aber vom Balkan. Also da wird ja das Patriotenherz, wird ja alleine schon Richtung 10 Punkte schlagen. Also das muss man ja damit einkalkulieren. Deswegen dachte ich, Dennis ist wahrscheinlich eine leichte Nummer, wenn er den Film nimmt. Ja, nee. Nee, glaubst du nicht? Also ich, nee. Nee. Einfach nee. Okay, wir sind gespannt. Okay, heißt, ich fang an. Ich hab noch was vorab. Ich hab da noch was vorbereitet. Er hat da noch was vorbereitet. Wir spielen nämlich heute nebenbei was. Oh, schön. Spiele mag ich. Das auch noch? Ja, und das erhöht vielleicht etwas die Aufmerksamkeitsspanne auch noch gleichzeitig. Und zwar spielen wir Bewegtbild-Banausen-Bingo. Ach du Scheiße. Nein. Ja. So. Oh Gott. Erklär mal die Regeln. Jeder zieht fünf Karten. Ich verrate nicht, was auf den Karten draufsteht. Also auch gar nicht, in welche Richtung das geht, weil man das sonst gegebenenfalls manipulieren könnte. Wenn man das wüsste. Und ich würde sagen, Gess zieht mal zuerst fünf Stück und guckt sich die an und legt die dann verdeckt hin. Und jedes Mal, wenn das passiert, was da draufsteht, kann er eine umdrehen. Und wenn er alle fünf hat, hat er halt ein Bingo. Ich würde sagen, du drückst erstmal die Warrior-Sample, die du vorhin hattest. Also nie passt der besser als jetzt. Ich ziehe jetzt fünf, ja. Und liest aber natürlich nicht vor, was da draufsteht. Nein, auf keinen Fall. Ah ja, okay. Gott, ist das spannend. Okay, warte. Kann was werden. Hast du? Oh Gott, da geht was schief. Vier und dann nehme ich noch die hier. So, darf ich mir die angucken? Ich muss mir die angucken. Ja, du musst dir die angucken und quasi halbwegs merken. So, als nächstes muss... Ach, das mit merken. Ja, was heißt merken? Man kann ja, schlechte Pokerspieler müssen ja zwischendurch auch immer gucken. Ist das ein Beleg für einen schlechten Pokerspieler? Nein, ich bin auch so vergesslich. Ich bin aber auch ein schlechter Pokerspieler. Ich auch fünf, ja? Ist das richtig, dass hier sein Name oben immer in der Ecke steht? Genau. Okay, nicht, dass ich die falschen jetzt hier habe. Sein Name. Ich habe das Gefühl, ich weiß, von wem du sprichst. Ich wollte es halt nicht hier... Hätte jeder sein können. Ist klar. Oh, ich habe zwei gezogen, das sind jetzt fünf. Gut. So. Ich habe zwei gezogen, das sind fünf. Wir beide können aus dem gesamten Topf ziehen. Also. Deswegen... Das ist ja spannend. Kann ich das hier mal so... Such dir da mal was raus. Ah, Dennis, du bist der Geilste, ey. Ah, wie lustig. Ich war spannend. Okay, wie witzig, ey. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Ah, geil, Alter. They are Alpacas. Gess, du hast es jetzt schon verloren, ey. So, aber da... Vielleicht sage ich einmal doch, was es ist, damit es für die Zuschauer dann auch... Ihr habt es ja jetzt gesehen. Es sind 30 Zettel. Auf den Zetteln stehen Dinge, die ihr sehr häufig sagt. Deswegen habe ich mir auch alte Folgen und alles nochmal näher angehört. Hast du hier jedes Wort rausgeschrieben? Ich habe... Und Dinge, die so Catchphrases waren, habe ich mir halt aufgeschrieben. Und es gibt einmal welche von Lee, einmal von Gess und einmal sowohl als auch. Also die, die universell quasi von mehreren gesagt werden. Ja, da hat ja auch eine Menge abgefärbt. Das haben wir ja auch schon so festgestellt jetzt über die Jahre. Genau. Okay. Sehr schöne Idee, Dennis. Das kann nur lustig werden. Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Und ich muss jetzt während der Episode... Also wenn du von Lee das Wort hörst, kannst du die Karte umdrehen. Oder den Satz oder... Er muss es in dieser Episode sagen. Ja. Okay. Muss ich ein bisschen aus der Reserve laufen. Ach so, willst du hier manipulieren? Sack. Mal gucken, ob einer ein Bingo hinkriegt. Ja. Aber ich glaube, die Nummer macht natürlich mehr Spaß, wenn man jetzt nicht groß versucht, übliche Redewendungen zu vermeiden oder sich da selber so ein bisschen restri... Wie heißt das? Restri... Einschränkt. Restriktion. Einschränkt, danke. Ich glaube auch, dass da ein paar dabei sind, von denen ihr vielleicht nicht wisst, dass die... Ja. Geil. Eins hätte ich jetzt nicht... ...der Fall sind, dass die häufiger mal kommen. Eins hätte ich jetzt nicht Lee zugeordnet und eins davon... Du meintest ja auch, dass wir die beide teilweise benutzen. Eins davon hätte ich tatsächlich eher mehr zugeordnet. Wenn beide, dann steht oben Lee und Gess. Aber du hast jetzt halt nur welche von dir, weil es wäre doof, wenn du was kriegst, was du selber sagst. Ach so. Nee, abgefahren. Weil hier ist eins, was auch an mich zutreffen könnte. Ja, gut. Nicht schockverliebt. Nein. Oh Mann. Ja. Sehr geil. Und was habt ihr jetzt gezogen? Also auch die beiden, die auf beide zutreffen. Genau. Ja, auch. Und die restlichen von euch einzeln. Genau. Ich musste das ja trennen, damit ihr mitmachen könnt, weil es wäre ja relativ langweilig, wenn wir das nur zu zweit spielen würden. Nicht schlecht. Oder vielleicht wäre es auch witzig, weil wir uns die ganze Zeit totlachen könnten. Aber... Ja, das ist jetzt schon witzig. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Voll gut. Parallel zum Punkterraten wird jetzt also noch das gespielt. Okay. Und derjenige hat gewonnen, der die meisten Zettel praktisch umgedreht hat. Genau. Ja, erst wenn du alle umgedreht hast. Ja. Ach, nur erst dann hat man gewonnen. Du hast noch nie Bingo gespielt, Alter. Doch, aber in dem Fall und so weiter glaube ich nicht, dass ich alle um... Niemand wird hier alle umdrehen. Ah. Wenn nicht alle gewinnt. Ich sag ja, du hast schon verloren, Alter. Weil das Ding ist ja, er hat gerade die Catchphrases aus 300 Episoden rausgesucht. Also das in einer Episode ist schon ein bisschen sehr gemeint. Also, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass du nicht groß darauf achtest, dass du Dinge, die du sonst sagst, nicht sagst heute. Nee, das mach ich nicht. Wenn keiner ein volles Bingo hat, gewinnt halt der, der am meisten hat. Machen wir so. Vielleicht kommt mir mein Sprachfehler und meine Formulierungsschwäche kommt mir hier zugute. Weil dann sag ich, das zählt nicht. Das hab ich nicht gesagt. Ich hatte da ganz andere Reaktionen. Das ist anders geschrieben. Ja, genau. Wie cool. Ja, sehr geil. Oh Mann. Das ist ja ein bisschen angst. Das ist so lustig. Ja. Geht's noch weiter oder? Nee, ich muss mir... Es kommt noch was, ja. Es kommt noch was. Ich hab mir fast gedacht, ja. Der Typ hat hier nämlich so eine Reisentasche wie so ein Auftragskiller dabei. Insofern schieh ich so ein bisschen nach rechts. Da waren nicht nur die Zettel drin. Am Ende werden wir alle erschossen. Ich hab ja gesagt, dass ich ein Goodiebag mitbringe. Ist ein bisschen größer geworden, das Goodiebag. Auch. Und das mach ich aber hinterher. Das verbinde ich mit etwas anderem. Negenärer Auftritt, hier mit einer Schrotflente aufzutauchen. Ja. Oder eine Tasche voll Geld. Es ist eher so eine Sporttasche Geld. Okay. Ich hab mich hier eingekauft. Okay. Der Event-Podcast. Mensch. Sehr cool. Da geht was. Okay. Jetzt aber wirklich, oder? Fang ich an. Jo. Hab ich wirkliche drauf? Ne. Verpiss dich, Alter. So, ich spreche jetzt über eine Serie. Die hab ich mir letztes Jahr angeguckt. Also die erste Staffel davon. Und dann hab ich mir dieses Jahr irgendwann gedacht, so, was ist denn eigentlich mit dieser Serie geworden? Warum gibt's da keine zweite Staffel? Das hätte eigentlich schon längst passieren müssen. Jetzt war ja auch pandemiebedingt und so. Hat sich ja öfter mal ein bisschen was verzögert. Aber jetzt hab ich da mal nachgeguckt und dann festgestellt, die wurde gecancelt. Oh. Und das find ich tatsächlich echt schade, weil die erste Staffel mochte ich und das hat auf jeden Fall Potenzial gehabt, schön weiterzugehen. Ja, und jetzt war's das. Deswegen gab's die eine Staffel. Ich hab sie gesehen. Ist jetzt schon eine Weile her. Aber ich sprech trotzdem drüber. Und sie heißt Night Sky. Mhm. Aus dem letzten Jahr. Von Amazon Studios produziert. Demzufolge auch auf Amazon zu sehen. Umfasst acht Episoden, die immer so knapp eine Stunde gehen. Hat jemand davon gehört oder sie gegebenenfalls sogar gesehen? Gehört hab ich schon. Nee, weder gehört noch gesehen, aber ich bin ja auch nicht der Seriener. Wollte grad sagen, der ist nach wie vor nicht so der Serien-Fan. Nein. Ja. Creator der Serie ist Holden Miller. Das ist sein einziger Creator-Credit. Der hat einen anderen Autoren-Credit bei so einer Late-Night-Show. Das war's. Deswegen also da nicht viel aufzuweisen. Die acht Episoden haben sieben Regisseure gemacht. Und fünf Autoren haben das geschrieben. Und es geht in der Serie um ein altes Ehepaar. Franklin und Irene York. Die beiden werden gespielt von Sissy Spacek und J.K. Simmons. Das war tatsächlich für mich der Anlass, die Serie zu gucken, weil ich die beide schon sehr mag. Für das Protokoll. Dennis hat schon das erste Ding auch umgedreht. Tatsächlich. Oh Mann, okay, aber das kannst du wirklich auf jeden Podcast anwenden. Das ist das Füllwort unserer Zeit. Ich glaube nicht, dass ich das zu oft benutze. Das sehen wir dann. Das werden wir tatsächlich heute noch rausfinden. Ja, ja. Eventuell, ja. Ich bin mir sicher. Ja, jetzt leben die beiden in so einer Kleinstadt, in einer recht ländlichen Gegend und haben eigentlich ein ganz gutes Leben. Wir sehen, dass sie krank ist, immer wieder Medikamente bekommt und er sich auch so ein bisschen um sie kümmert, pflegt. Und die beiden sind aber ein ganz gut eingespieltes Team und soweit ist erstmal alles cool. Dann sehen wir aber, dass sie mit ihm, naja, sie möchte ein Thema ansprechen und hadert so ein bisschen und sagt dann, sie will wieder da hingehen und er so, ach komm ey, wir waren schon irgendwie vor ein paar Tagen da und willst nicht ein bisschen warten und irgendwie, was zieht dich da immer hin und sie so, komm, ich muss. Und dann begleitet er sie und dann gehen die bei sich in den Garten in so einen Schuppen. Und in dem Schuppen geht es eine Treppe runter und dann so einen langen Gang lang und das ist alles unterirdisch und dann ist das wie so ein Bunker. Und das ist aber für die halt ein total routinierter Ablauf und wir erkennen, das machen die öfter und dann stellen die sich in diesen Bunker rein. Das ist einfach ein großer Raum, so ein bisschen konisch geformt und dann geht die Tür, dann machen die die Tür zu und dann haben die beide auch so kleine Eimer dabei. Und dann bewegt sich der Raum kurz, es gibt so ein kleines Licht und wir sehen, irgendwas hat sich verändert, dann geht auf der anderen Seite die Tür auf und die gehen da raus und sind auf einem anderen Planeten oder wo auch immer. Wir wissen nicht, wo die sind, aber die sind in so einem Raum, wo die eine Wand ein großes Fenster ist und da draußen ist halt irgendwas, was eben nach einem anderen Planeten aussieht. So eine wüstenähnliche Oberfläche und die gucken halt total fasziniert da in diesen Sternenhimmel und dann auch echt so abgefahrene Planetenkonstellationen, die du im Hintergrund erkennst. Und das ist also sehr offensichtlich nicht unser Himmel, den die da sehen. Und dann chillen die da ein bisschen in diesem Raum und ziehen sich eben das rein, was da sich außerhalb des Fensters abspielt. Und da bewegt sich aber nichts groß, das ist einfach halt diese Landschaft. Ja und ihr scheint das aber echt eine Menge zu geben und das ist auch alles halt natürlich sehr mysteriös, weil wir halt gar nicht wissen, was da los und dann gehen die wieder zurück. Und das ist eben aber offenbar so ein Szenario, was die öfter mal durchspielen. Diese Eimer haben die deswegen dabei gehabt, weil das ist mitunter mit Übelkeit verbunden, dieser Trip. Na und dann taucht eines Tages aber ein Typ auf, weil es wird dann parallel auch noch so ein B-Strang aufgemacht, wo wir in einem südamerikanischen Land sind und eine Mutter und ihre Tochter sehen. Denn die haben in ihrer, da ist so eine Kapelle, wo die leben und da scheint es ein Familiengeheimnis zu geben, was gehütet wird. Und diese Mutter mit ihrer Tochter ist dafür da jetzt als die letzte Generation eben dieses Geheimnis zu hüten. Und das scheint in irgendeiner Verbindung zu stehen mit dem, was wir bei den älteren Paaren gesehen haben. Und da flüchtet dann, sehen wir einen Typen flüchten, weil er attackiert wird und der taucht dann eines Tages bei unserem Ehepaar auf. Das ist Jude, oder zumindest gibt er vor, Jude zu heißen. Gespielt von Jay Hansen, den kannte ich nicht. Der hat so ein paar von diesen CW-Serien gemacht, The 100. Oder bei Shadowhunters war der auch dabei. Ist Thai-Australisch. Auf jeden Fall eine sehr interessante Optik. Und der taucht jetzt eben bei den beiden auf, ist am Bein verletzt von dieser Auseinandersetzung von LaFour und erzählt denen aber erstmal nicht, wo er herkommt und die nehmen den so ein bisschen auf. Primär Irene kümmert sich dann um den, weil sie irgendwas in ihm sieht und seiner Anwesenheit ihr auch gut tut. Und Franklin ist dann natürlich sehr skeptisch, weil er erstmal nicht weiß, was will er uns hier ausrauben oder was mit dem los. Der traut dem halt nicht. Und so geht es dann im Verlauf der Serie drum, dieses Geheimnis rund um dieses Portal und was mit Jude ist und seiner Herkunft und dieser ganze, ist wie so ein Kult, der da um diese ganze Reise gemacht wird. Und das wird halt so peu a peu aufgedröselt. Jetzt hast du gesagt, wurde es gecancelt? Also sind da Fragen offen geblieben? Ja, aber hallo. Definitiv. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, ja. Doch wirklich schade. Dann gibt es noch einen Nachbar an einem angrenzenden Grundstück. Der sieht dann eben immer wieder Franklin und Irene in diesen Schuppen gehen und denkt sich halt, was treiben die in diesem Schuppen? Und irgendwann geht er da natürlich auch rein und wird dann fündig. Und dann gibt es noch einen Typ, der so ein bisschen auf der Antagonistenseite ist, der an dieser südamerikanischen Storyline dranhängt. Die Figur Cornelius, der wird von Piotr Adamczyk gespielt. Der ist Pole, den kennst du bestimmt auch, die Fresse hast du garantiert schon mal gesehen. Also ich kenne den aus Hawkeye unter anderem, bei For All Mankind war der auch dabei. Also der hat eben nicht nur in Polen gedreht, sondern auch eine ganz gute internationale Karriere. Ja, und das ist Night Sky und das ist wie gesagt echt irgendwie schade, dass das jetzt schon vorbei ist, weil ich finde, das hatte echt Potenzial. Mich hat total interessiert, was da geht. Also Sissy Spacek und J.K. Simmons kann ich eh die ganze Zeit zugucken, finde ich grandios. Das ist natürlich eine Schiene, die so ein bisschen rührend aufgemacht ist, wie die sich umeinander kümmern und so. Dieses sehr alte Ehepaar, die aber eben sehr eingespielt sind. Und vielleicht auch noch wichtig für deren Motivation, die hatten mal einen Sohn, der gestorben ist. Was natürlich immer noch an denen nagt, auch wenn das Jahrzehnte her ist. Ja, soviel zu Night Sky. Ja, ist natürlich immer schade, weil wenn man die Sachen jetzt frisch guckt und so weiter, aber jetzt im Hinterkopf noch zu behalten, eine Serie, selbst die du empfiehlst, wo man weiß, die geht nicht weiter, dass man sich die anguckt, ist halt auch so ein Fragezeichen, weißt du? Ja. Gerade wenn die nicht abgeschlossen ist und so komplett im Nichts endete. Eigentlich kannst du das nicht wirklich empfehlen, weil du halt völlig hängen gelassen wirst. So wie ein halber Film, ja. Ja, aber das, was man bis dahin sehen konnte, war cool. Schade. Ja. Wie ist das so optisch umgesetzt? Ist das krass, krass Production Value oder ist das? Nee, weil diese Sci-Fi-Momente, die es hier gibt, die sind ja wahnsinnig minimalistisch gehalten, weil du erkennst halt auch nicht groß, was passiert. Du siehst halt nur diesen Raum, in den die gehen und dann tauchen die woanders halt wieder auf oder die andere Tür geht auf und dann sind sie eben in einem anderen Ding. Also hier kommt auch nicht groß CGI zum Einsatz oder so. Okay. Ja. Und Amazon Prime hat als Marketingstrategie, haben die sich mit Amazon Web Services zusammengetan und interessiert und haben die erste Episode ins Weltall gebeamt. Na super. Okay. Warum auch immer. Weiß nicht, was das bringen soll. Damit Ludacris das auch gucken kann? Ja, da ging's, also es war natürlich, haben versucht natürlich inhaltlich das so ein bisschen aufzugreifen und im Endeffekt ging's da glaube ich aber nur drum, dass das halt jetzt die größte Entfernung ist, die eine Serie quasi zurückgelegt hat. Okay. Ja. Hm. Erstmal ins Auto springen. Ins Weltall, ja. So wie Vin Diesel. Dann reden wir weiter. Ja. So eine Serie hochschicken kann ja jeder. Wollte Tom Cruise nicht auch noch hoch? Für irgendwas? Ja, das war doch schon vor zwei Jahren irgendwie die Nachricht, oder? Ja, irgendwie war da was. Keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich ist er nicht mit hochgegangen, weil er außen am Raumschiff mit hochfliegen wollte und da haben die gesagt, nee, machen wir nicht. So, Zahlen. Ja, schieß raus. 7,3 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 66. Auf Rotten Tomatoes gibt's eine 6,4 und das Publikum ist bei 4,1. Wer muss anfangen? Amko. Amko, zum ersten Mal Punkte raten. Yeah. Boah, dann gleich sowas, ey. Ja, ja. So eine Herausforderung. Also, wenn du noch Fragen hast, ich beantworte alles. Warst du schon mal in einem türkischen Schwimmbad? Türkisches Gefängnis? Türkisches Schwimmbad. In der Türkei meinst du, oder? Nee, in einem türkischen Schwimmbad kann auch hier in Berlin gewesen sein. Nee. Hast du schon mal eine Frau nackt gesehen? Ja. Habt ihr noch Fragen? Nee, ich glaube nicht. Boah. Du hättest jetzt gut die von Airplane, die Fragen alle stellen können. Ja, ich wollte sie ja ein bisschen variieren, damit es nicht wie Filmzitate aussieht. Okay. Oh man, die Samples, die müssen wir auch mal wieder ausgraben. Ja, außerdem bin ich gleich auf 180 gegangen. Der hat ja erstmal harmlos angefangen. Oder warst du schon mal im Cockpit, oder war doch die erste Frage so ganz normal. Und dann ist es ja so abstrus geworden. Aber die zweite war dann, glaube ich, schon Have You Seen A Grown Man Naked? Ich glaube, das war schon die zweite. Ja, das war schon die zweite. Das Türk-Türk-Sprissen kam danach. Okay, das ist ein ziemlicher Sprung. Ja, ich kann echt sehr weit daneben liegen, aber ich gehe mal bei sechseinhalb. Okay. Ich glaube, weil Lee was für das Genre über hat und für die Prämisse und die beiden Darsteller gut fand, gehe ich sogar auf siebeneinhalb. Ja, ich glaube, wenn Lee traurig ist, dass es nicht weitergeht. Müsste das schon höher sein als eine sechseinhalb. Und Dennis' Tipp ist gut, aber ich gehe sogar noch auf eine acht. Okay. Na, ist ja alles dabei. Dennis hat recht. Dennis hat recht, ja. Ich bin bei siebeneinhalb. Sieben Komma fünf war im Rahmen des Möglichen. Ja. Ja, ist wirklich schade. Weil das hatte eine Menge Potenzial. So wie unser Podcast. Aber jetzt. So. Jetzt Amko. Aber Amko hat ja, so wie ich das verstanden habe, du hast kein eigenes Projekt dabei. Genau. Deswegen können wir, würde ich eh vorschlagen, weil das zum einen eine Weile her ist und zum anderen ja zwischenzeitlich eine Menge passiert ist, dass wir dann nochmal gesammelt über die Wu-Tang-Serie sprechen. Ja. Die habe ich jetzt auch gerade beendet. Oh, perfekt. Ja, verstehe ich. Ich nehme mich ja mittlerweile auch. Amko, du hast die nämlich auch gesehen, ne? Genau. Ja. Und das würde sich anbieten, wenn du da aus deiner Perspektive jetzt nochmal irgendwie erzählst, wie ihr es gefunden hast. Ja, gerne. Weil dann können wir dahingehend vielleicht deine Punkte raten oder weil sonst geht es, glaube ich, eh nicht auf. Wu-Tang zum Zweiten. Naja, aber die raten wir ja nicht vorher. Also genau, wir raten dann Amkos Punkte, wenn er dann durch ist. Nachdem wir wissen, wie er zu der Serie steht, richtig. Also, als ihr die rezensiert habt, waren da schon drei Staffeln raus? Nee. Nee, eben nicht. Dann machen wir einfach dritte Staffel. Das können wir machen, eben. Ja, das haben wir sowieso gesagt, dass wir Serien eventuell nochmal updaten. Mit einer neuen Rezension haben wir bei The Boys, glaube ich, auch gemacht, dass wir die zweite Staffel nochmal super rezensieren. Ja, dann müsste Amkos nur dazu sagen, ob du Punkte jetzt nur für die dritte Staffel vergeben möchtest oder für die gesamte Serie. Mir soll es egal sein. Also, ich kann gerne nur die dritte erstmal quasi, wie ich die fand. Das wollte ich jetzt einmal raushauen oder wie? Ja. Also, ich würde allgemein nochmal die Leute reinholen, indem wir mal erzählen, worum es geht. Ja, finde ich auch. Ja, gerne. Also, ich versuch's. Naja, die Serie ist so aufgebaut, dass in drei Staffeln mehr oder weniger der Wu-Tang Clan sich einmal trifft. Das ist so die erste Staffel. Kurz gehalten. Also, auch verschiedene Charaktere da aufeinandertreffen. Durch verschiedene Gangs auch. So wird es dargestellt. Ich würde jetzt einmal rüber springen. In der zweiten Staffel ist es so, dass sie dann anfangen, was aufzunehmen. Und in der dritten wird es nachher so rübergebracht, dass die ihre einzelnen Projekte, die die nachher aufgenommen haben, nochmal genauer beleuchten. Das so, den die kurz mal kurz wiedergegeben. Das wird so in den einzelnen, beziehungsweise Serien dann erzählt. Dritten genau, ja, ich hab's sehr genossen, dass man quasi echt versucht hat, diesen jeweiligen Künstler so zu verstehen oder was er da getan hat, was er da umgesetzt hat. Ähm, 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 ich geh mal ins Beispiel ein bisschen genauer natürlich rein. Ich will jetzt nicht spoilern, aber bei, ähm, ODB zum Beispiel bei der Folge von ihm, wo er sein Album aufgenommen hat, wenn du das Album vorher gehört hast, das ist schon mehr oder weniger notwendig. Auf jeden Fall, dann verstehst du diese Folge auch, weil auf diesem Album sind halt, ich würd' sagen, zwei, drei Songs, die mir so echt sehr gut gefallen und der Rest ist echt weirder Scheiß. Ja. Weil er, äh, ja. Ja, auf jeden, Alter. Der ist halt super drunk, also das muss natürlich jeder Wu-Tang, beziehungsweise ODB-Fan auch wissen. Ähm, und du auf diesem Album, also er schreit, beziehungsweise schreit, singt, ich weiß nicht, wie man sowas beziehungsweise beschreiben könnte. Aber wie immer hörst du die ganze Zeit nur, äh, 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 sehr viel davon. Ähm, und, ähm, da zum Beispiel, also diese dritte Staffel ist dann genau so, dass die dann gesagt haben, okay, die werden die einzelnen Alben so versuchen dann, ähm, ich sag mal, äh, videotechnisch so rüberzugeben, dass man verstehen kann, wie die auf dieses Album rübergekommen sind. Deswegen, ähm, war das schon, boah, ich hab mich auf jeden Fall, nach jeder, jeder Folge war ich immer sehr, sehr glücklich. Das kann ich schon vorab so auf jeden Fall sagen. Ja, und gerade die ODB-Folge, die haben die ja wie so einen, ähm, Dolomite-Film aufgezogen. So ein bisschen im Blaxploitation-Style, weißt du das, die Entwicklung dahin. Das hast du mal zwischendurch erzählt, ja. Genau. Auch bei den, ähm, ähm, äh, bei dem Cube-Link-Album von Rayquan und von, ähm, ähm, äh, Ghostface da auch, wie die Idee dahinter kam, dass der gesagt hat, boah, ich möchte das gerne so ein bisschen mafiosi-mäßig quasi machen. Und es passt halt einfach perfekt zu dem Album. Ja, das merkst du halt, wenn du das Album hörst, ja. Genau. Und, ähm, ja, ähm, hab ich irgendwas vergessen? Na, mit Liquid Swords machen sie es auch noch? Mhm. Aber stimmt, in der dritten Staffel geht's halt mehr um die Solo-Projekte auch. Und halt, was der Clan als Ganzes so, ähm, erreichen möchte, wo die hinwollen. Mhm. Da merkt man, finde ich, ähm, dass die Serie auch andere Leute als die, äh, Fans geguckt haben. Weil wenn man bei IMDb mal guckt, die Solo-Folgen sind alle so schlecht bewertet. Und die gehen teilweise fünf, sechs bei IMDb. Okay. Und die anderen Folgen dann irgendwie acht bis neun. Ja, ist interessant. Ähm, dass sie die Folgen einfach nicht verstanden haben, was die da jetzt zu suchen haben. Ähm, ähm, woher, wo man ja erfährt, woher das kommt und die Inspiration und das Ganze visuell noch umgesetzt kriegt. Irgendwie haben das, glaube ich, die, die nicht-Fans oder die nicht so tief drinstecken, nicht kapiert. Aber guckt sich ein Nicht-Fan der Woot-Ding-Serie an? Kannst du machen, weil die erste Staffel geht eher so in Richtung New Jack City oder sowas. So mit Dielen und Gangs und Schießerei. Die erste geht voll noch klar so. Da brauchst du dieses ganze Hintergrundwissen nicht. Aber spätestens in der dritten verlierst du halt. Ja. Das ist auf jeden Fall für Fans gemacht. Und die zweite Staffel kannst du auch gut gucken, wenn du einfach nur Musik-Fan bist. Weil alleine RZA zu sehen, wie er diese Idee entwickelt und die Vision für den Clan ist auch, glaube ich, für jemanden spannend, der einfach entweder nur Hip-Hop mag oder Musik generell, weil das schon ein Masterplan ist. Ja. Genau so. Du hattest gerade Liquid Sword natürlich erwähnt. Also ich fand es generell, also die ganze Episode einfach sehr cool gemacht, auch mit diesem R'n'B-Drink, den die da sich gegeben haben. Ich erinnere mich daran, dass es so ein bisschen aufgezogen wird, dass halt so diese Real Gangster-Rapper quasi dann diesen R'n'B-Drink nehmen. So haben sie dann auch quasi da hingezeigt, dass es halt so ein bisschen lächerlich geworden, also damit die ihren Rap quasi nicht mehr authentisch rübergebracht haben. Und die dann quasi wie so Zombies rumgelaufen sind, die dann nur noch den Radio-Scheiß hören und so. Das war schon, also das hat mich natürlich sehr perfekt getroffen. Und das hat ja auch einen direkten Bezug. War das nicht auf dem Reunited-Album? Sogar, steigt es nicht damit ein, dass RZA erzählt von wegen all these R'n'B-Rappers rappen Bullshit? Es gibt ja dieses unfassbar lange Intro von der Wu-Tang Forever-Seite 1, glaube ich. Ach ja, genau, das Forever-Album. Das ist irgendwie, glaube ich, ein Fünf-Minuten-Track oder so, wo dann die Studios ja auch gesagt haben, Digga, ist das nicht ein bisschen lang für ein Intro? Und da redet er quasi drei Minuten im Monolog, dass der Clan halt das nicht ist. Also unterm Strich. Nichts gut, nichts gut! Was? Das sagt er dann, Kunstversion. Genau. Nein, nicht das Interesse, nichts gut, sondern die Aussage. Aber eben ums, also in der dritten Staffel ist ja das erste Album schon längst raus und dann geht es auch irgendwann um das Wu-Tang Forever-Album. Also insofern die Zeitspanne 15 Jahre? Nee. Nee, nicht so lange. Also die Staffel... Muss ja dann irgendwie 1990 losgehen oder wann, so wenn das noch die Vergangenheit ist, bevor du mit dem Kleinen überhaupt gegründet bist? Ja, genau. Aber der Staffel 2 und 3 umfassen exakt fünf Jahre, weil das der Vertrag von RZA war. Okay. Gebt mir fünf Jahre eures Lebens und ich mache aus dem Clan eine Megagruppe und aus solchen einzelnen auch noch Stars. Und die letzte Folge ist der letzte Tag dieses Vertrags. Also es endet auch vor der Aufnahme des Wu-Tang Forever-Albums, oder? Ja. Okay. Oder? Wobei, halt am Ende gibt es ja noch so ein bisschen Montagemomente. Ja, man weiß das nicht so genau. Also man weiß nur, dass Reunited schon aufgenommen wurde. Ja. Aber so ganz klar ist das nicht, ob das Forever-Album schon im Kasten ist. Aber ich glaube, ich glaube aber, das müsste so sein, weil du gehst ja, die waren ja auf Tour am Ende und du gehst ja nicht auf Tour, wenn das Album nicht gedroppt ist. Ja, gut, stimmt. Ja, wie auch immer. Also es geht natürlich primär um die Entstehung des Clients und das erste Album und dann eben die Solo-Projekte und das schon in der dritten Staffel schon visuell auch nochmal speziell umgesetzt, finde ich. Heute Hip-Hop-Deep-Cut. Ich frage mich, ob die Hörer jetzt mehr fragende Blicke in ihren Augen haben als bei der Star-Wars-Rezension von Tom. Wahrscheinlich. Alle so, wuh, was? Beides konkurrenzfähig hier. Naja, vielleicht können wir den Hörern ja auch noch sagen, was wir morgen machen. Dann hat man die Brücke. Die gehen in die Berliner Philharmonie und gucken uns ein klassisches Konzert an. Genau. Fuge von Bach und ODB tritt auf. Schön wär's. Oh ja. Ja, die Jungs sind nicht wegen dem Podcast hier. Die müssen wir auflösen, sondern die sind hier wegen einem Konzert. Na, wegen welchem Konzert? Das Konzert. Na, ich dachte, ihr übernimmt mal hier. Yes. Der Su ist in der Haus, in Berlin. Ja, Wu-Tang. Der wollte nicht Nas unterschlagen. Ja, also ist ja auch ein großer. Natürlich auch Nas. Entschuldigung. Natürlich auch Nas. Ich hab's schon dreimal gesehen, glaube ich, live. Ja, ich auch. Ich hab heute bei Instagram gesehen, die sind im Herbst auf Tour noch mal in den Staaten und da gibt's als dritten Backup noch Dilla Soul. Das ist natürlich auch mal nett. Oh, nice. Schön. Ja, jetzt nicht mehr in voller Belegschaft. Leider. Ja, leider. Ja, die muss man echt alle noch sehen, bevor sie wegsterben. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ja, ja. Da bin ich jetzt beim Wutthang Klein auch mal gespannt. Also gut, die waren ja selten in voller Belegschaft tatsächlich auf Tour. Oder also ich... Naja, man sieht in der Serie ja auch, selbst wenn sie vollständig bei der Location waren, dass sie nicht vollständig auf der Bühne waren, zwängt. Ja. Das hatte ich nämlich auch schon. Also ich war auf mal mindestens drei Wutthang-Konzerten, wo die gar nicht erschienen sind. Oh, cool. Und dann auf einem, wo es hieß, ja, es sind nur irgendwie eine Handvoll durch den Zoll gekommen oder am Flughafen nicht aufgehalten worden und so. War das in der Arena? Nee, das war alles in der Schweiz. Okay, weil in der Arena war nämlich auch so ein Konzert, wo sie gesagt haben, da ist irgendwie keine Ahnung, gab's Probleme mit der Einreise und dann stand irgendwie, der Kfz-Mechaniker von Kepa Donner stand irgendwie auf der Bühne und ist einer von Wutthang-Klern, wo ich gesagt habe, okay, wollt ihr mich verarschen oder was? Da waren zwei Original-Member und so, weißt du, ansonsten war der Hausmeister irgendwie von ODBs Kita irgendwie da und so, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt Wutthang-Klern. Also echt ein Witz. Ja, wir können gespannt sein morgen. Ja, ich habe auch noch nichts rausgefunden, wer irgendwie dabei ist oder nicht dabei ist, weiß ich nicht. Ach so, oh Gott. Ich habe gestalkt bei Instagram und so, ich habe nichts gesehen. Wir gucken mal, wer aufläuft. Ich habe mir nur mal die potenziell wahrscheinlichste Setliste angeguckt und noch ein paar Sachen nachgehört, mal, die so durchrutschten manchmal, aber wer kommt, wo sie gerade sind und so, da sind die bei Instagram echt nachlässig. Bei anderen Bands siehst du immer so, Danke Berlin, Foto von der Crowd oder irgendwas. Bei denen nichts. Genau, so war es leider. Ja, und Amco, wie geht es dir mit der Serie so, was Besetzung angeht? Weil ich finde, das ist ja bei solchen Figuren schon elementar wichtig. Ja, alle sind eigentlich ziemlich gut getroffen. Später mit Cappadonna, da war ich nicht so ein bisschen mal umgehauen, nochmal so. Haut der echte dich denn um? Guter Punkt. Auch nicht. Also der ist auf jeden Fall in der Liste weit unten, klar. Ja, aber ansonsten, also ich war von A bis Z, sei es mit den Schauspielern, die da eingesetzt worden sind, echt eigentlich schon sehr zufrieden. Ja, ja, ja. Ich habe mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Alles. Ja, es war für mich neulich so schräg, weil ich zum ersten Mal Moonlight gesehen habe und da spielt ja der Schauspieler, der RZA spielt, spielt er im zweiten Segment die Hauptfigur und ist halt ein ganz anderer Typ. Also die Figur ist natürlich komplett anders angelehnt und das war schon weird kurz, weil ich den halt so durch die Wu-Tang-Serie halt so präsent hatte und dann spielt er da plötzlich diesen kleinen, unsicheren Jungen. Ich habe gerade die zweite Staffel Godfather of Harlem angefangen und da taucht da Method Man auf einmal auf. Ist ja zum Cast so. Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich mich auch immer gefreut. Er ist auch nie der Riesenschauspieler, aber irgendwie freust du dich so. Ja, eben, dass er das irgendwie mitmacht. Und gerade bei Method Man war es für mich halt so, als ich im Vorfeld gehört habe, dass das gemacht wird, war das total für mich voll wichtig. Wie besetzen die Method Man? Also es gibt halt schon für mich da so ein paar Figuren, das muss halt irgendwie passen und deswegen war ich auch so happy, Alter, dass die, also wie die ODB besetzt haben. Weil der hat echt den Nagel auf den Kopf getroffen, Alter, weil genau so war der. Der ist ja knaller, wie der das spielt und auch die rappen ja auch alle selber. Ja, eben. Die Parts und gerade bei ODB. Rayquan, perfekt. Ja, Mann. Weil auch da, ne, optisch, also sind ja eh von allen so ein bisschen die schöneren Versionen, ne, so vielleicht so ein bisschen, so hätten wir gerne ausgesehen. Aber gerade auch bei Rayquan, der hat halt diese Essenz, nicht nur wie der redet, auch so was er beim Rappen halt rüberbringt und so. Das haben die echt perfekt getroffen. Und da war ich echt froh, weil am Anfang hieß es ja noch, dass einer von ODBs Söhnen den spielen soll. Und da hat sich dann wohl eben Produktionen gegengewehrt und so und dann haben sie den Schauspieler übersetzt, zum Glück. Weil auch wenn der andere ihn gegebenenfalls ähnlicher gesehen hätte, ich finde, die haben das perfekt hinbekommen. Ja. Aber halt war noch eine gewisse Auswahl bei seinen Söhnen, bei dem man Carsten konnte. Ja, aber es ist auch so, ich glaube, sein Ältester, der rappt doch auch. Ist das so? Ja. Okay. Nichts von gehört bisher. Der hieß doch eine Zeit lang Baby Dirty oder so. Also er hat es auch voll bedient, dieses Ich bin der Sohn von ODB. Okay. Musst du mitnehmen. Ja. Gibt es ja ein paar. Jetzt von den alten Rappern, wo jetzt die Söhne irgendwie am Start sind. Ja, Jaden Smith. Ist das ein Rapper? Okay, okay. Bist du sicher, dass du morgen mitkommst? Boah, Alter, Dennis, ey, ausgerechnet den packt er jetzt aus. Das ist wirklich der Schlimmste. Alter, hast du mal Corey Gunz mitbekommen? Was denn? Den Sohn von Peter Gunz? Ja, klar, ich weiß, wer Corey Gunz ist. Alter, was ist das bitte für ein krasser Rapper? Ja, der ist gut. Warum hat der keine krasse Karriere hingelegt? Was ist da los? Ja, der ist auf jeden Fall gut. Der hatte mal einen echten... Der hatte so eine Phase, wo der echt gehypt wurde? Genau. Was ist daraus geworden? Ja, du hast heute noch nichts mehr gekriegt, ja. Stimmt, ein bisschen ruhiger geworden jetzt, wo du es sagst. Du hast da gefallen. Ja, was kann man noch sagen zu Wu-Tang in American Saga? Was wir noch nicht gesagt haben. Wer war denn so, also auf wessen Mist ist dann die Serie gewachsen? Also wer ist denn da im Hintergrund? Naja, RZA, klar. Also schon eine RZA-Serie. Okay, das wäre vielleicht auch noch interessant, dass einer von Wu-Tang klein ist. Der Kopf, der auf die Serie ins Leben gerufen hat. Naja, die produzieren auch alle mit. Also der ganze Clan, zumindest die, die noch leben, produzieren da mit. Und der andere Creator neben RZA war ja Alex C. Der ist doch hier ganz ursprünglich, glaube ich, aus dem Source-Umfeld. Ich meine, der war mal irgendwie ein Redakteur für die Source. Nee, Bob-Magazin. Mhm. Ja. Kann ich dir zuhören. Aber hat eben auch schon für Watchmen 2009 geschrieben. Mhm. Und Suckerfree City war auch von dem. Also schon handwerklich, würde ich auch sagen, echt gut gemacht. Aber definitiv was für Fans. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass Leute, die so gar nichts mit der Musik am Hut haben, dass sie damit wirklich warm werden. Ja. Habt ihr eine Folge gehabt, wo ihr gelangweilt wart? Oder ist es nicht gut? Also ich, naja, was halt gelangweilt wäre vielleicht zu viel. Aber ich finde schon, dass es deutliche Unterschiede gibt so zwischen den Folgen. Also was so das Pacing angeht. Und ja, also ich finde schon, es gibt Folgen, da flacht das so ein bisschen ab. Ich war genervt von der Boot-Folge. Wo RZA die nachher alle auf diesem Boot hinschippert, damit die miteinander reden. Okay. Ja. Also das war für mich so ein Sandkastenspielchen. Ich will aber nicht mit dem reden, aber der redet mit mir und hier und da. Das so. Aber sonst echt, ich hab alles einfach echt durchgucken können. Das war immer, ich guck gerne und die nächste Folge und die nächste Folge schon. Da gibt es ja irgendwie bei den heißgelebtesten Serien von den Fans da draußen, gibt es ja immer so einzelne Folgen, die die Fans dann hassen. Diese Fliegenfolge bei Breaking Bad oder bei Sopranos gab es so eine Folge, wo er im Delirium im Krankenhaus halt komplett irgendwie so ein Traum praktisch in dieser Folge erlebt. Und da sind auch ganz viele, die sagen, Alter, Megaserie, aber die Folge ist scheiße. Oder die Fliegenfolge bei Breaking Bad hasse ich. Insofern gibt es öfter mal, dass da eine raussticht. Bei dir ist es halt irgendwie diese Boots-Folge. Ja, voll. Ja, aber ich finde, es gibt da ja auch Folgen, die eben positiv rausstechen. Ja, voll, ja. Also wie sie Protect Your Neck aufnehmen, fand ich sensationell. Also wie es halt auch visuell umgesetzt ist. Das ist ziemlich cool. Ich finde es ganz interessant, hier deine Punkte zu sehen, die du damals für die erste Staffel gegeben hast. Also scheint sich ja dann positiv entwickelt zu haben oder nach hinten raus, oder? Ja, finde ich schon. Wo war ich da? Du warst bei 7,5 bei der ersten. Klingt jetzt ein bisschen positiver. Ja. Ja, aber eben, es ist halt wirklich, als Fan geht dir das Herz auf. So, weil du merkst halt, wie viel von RZA da auch drinsteckt und von eben sämtlichen Clan-Membern. Und es geht ja auch über weite Strecken, um diesen Hustle, diesen Haufen überhaupt irgendwie kontrolliert zu bekommen. Oh ja. Das nimmt echt viel Raum ein in der Serie. Weißt du, was er für einen Stress hatte, weil ODB einfach immer sonst wo ist. Da muss ich an das Zitat von der Managerin von Rage Against the Machine denken, wo sie dann zu RZA da auf der Bank sagt, so, ja, ich fühle, was du durchmachst. Mir fällt das schon mit vier Leuten schwer und du hast neun, die du gleichzeitig auf die Bühne kriegen musst irgendwie. Da gibt es ein so ein geiles Ding, wo sie auf einem Festival auftreten sollen und dann geht es eben wieder mal drum, dann und dann ist Showtime und es ist halt wieder maximal die Hälfte vom Clan irgendwie anwesend. Und der, der halt immer zuletzt fehlt, ist natürlich ODB. Und den finden sie dann auch nicht, ne? Beziehungsweise der hängt dann, irgendwie finden sie Tage später raus, dass der die ganze Zeit auf diesem Festival sich an irgendwelche Fans rangeklettet hatte und mit denen halt die ganze Zeit im Bus gechillt hat. Alter. Der ist quasi mitgetourt, ohne dass er auf der Bühne steigt. Geil. Okay. Das beschreibt den ziemlich gut, ja. Habt ihr ODB mal live erlebt? Ne. Leider nicht. Ich auch nicht. Nur du. Nur ich. Darauf wollte ich nicht hinaus. Doch. Ne, überhaupt nicht. Erzähl uns was davon. Weil da gibt es nicht so viel zu erzählen. Alter live? Wie war dein Enddruck? Naja, also wir haben ja ein Interview mit ihm gemacht. Ja, aber du hast ihn vorher live gesehen wahrscheinlich. Ne, danach. Wir haben das Interview davor gemacht und da war der schon völlig verschallert. Der ist so krass, Alter. Der war ganz offensichtlich nicht nur auf Alkohol oder Weed. Also das war, der war echt weggetreten und hat sich da auch um Kopf und Kragen geredet. Dann war, der hatte Budamonk als Support dabei. God's like coming through. Und der hat dann auch, dass sie überhaupt einen Stuhl gefunden haben, wo der reingepasst hat. Das ist auch schon krass, weil der Typ hat echt so einen Berg, so einen Fleischberg. Und der hat dann immer wieder eingegriffen, wenn ODB sich so verzettelt hat. Ja, weil mein Kumpel, mit dem ich damals die Radiosendung gemacht habe, der hat ihn dann gefragt, so, sag mal hier und da, hat ihn halt auf so Textstellen angesprochen, wo er eben über Heroin spricht und wie geil er das findet und so weiter. Und dann hat er ihn halt darauf angesprochen. Und ODB wollte schon loslegen, so und Budamonk da so, nee, komm, das war ein Reim und das war gut, weil es hat sich gereimt, fertig. Diplomatisch bleiben. Total, ey. Und ODB da die ganze Zeit am irgendwelchen Nüsse futtern und halt mit seinen Grills völlig zerschallert da am Rumlispeln. Alter, das war so lustig. Und das ging halt echt über zwei Stunden. Also wir hingen da zwei Stunden mit denen ab und der hat da einfach erzählt. Und das ist so schade, weil das hat auch jemand auf Video aufgenommen von uns, aber das Tape ist echt verschollen. Das ist eher bei irgendeiner Ex-Freundin geblieben, ey, frage mich nicht, super schade. Das ist ja wirklich ärgerlich bei soem Ding. Ja. Naja, und das war eben einmal Solo und dann habe ich tatsächlich mal eben den Clan in kompletter Formation erlebt. So, in Biel haben die ein Konzert gegeben, wo sie dann auch tatsächlich, zwar irgendwie sechs Stunden später als angekündigt, aber sie sind alle gekommen. Okay. Das ist gut. Geil, Alter. Konzert halt irgendwie so auf 20 Uhr terminiert oder so und die sind halt mitten in der Nacht irgendwann aufgetreten. Und dann stehen da aber halt tausende von Leuten stehen stundenlang und warten auf die. Das funktioniert auch nur mit Hip-Hop. Und in den Ausmaßen auch nur mit dem Wu-Tang Clan. Oh ja. Ja, bei Rock ist das Guns N' Roses. Die waren ja auch weltberühmt dafür, nicht da zu sein, weil Axl Rose noch im Kino saß und sich einen Film anschauen wollte und so. Das finde ich aber so krass, weil ich kannte mal die Managerin, also Tourmanagerin von Guns N' Roses und die hat mir erzählt, dass Axl Rose nie getrunken hat, nie Drogen genommen hat. Und so, ich denke, was? Also zum Thema Rock-Image und so. Aber der ist wohl fast schon so, das ist jetzt nicht Straight-Edge, aber halt dahingehend sehr zurückhaltend. Okay. Bei ihrem Konzert, ich weiß gar nicht, ob es auch München war oder so, gab es so eine Story, dass er noch einen Kinofilm gucken wollte und deswegen ging das Konzert, das ist zwei Stunden später los. Du musst da Prioritäten setzen, ja. Ja, eben. Ein Film, Liebhaber. Wie sehr schön. Welcher Film war das denn? Das stimmt. Das ist ein guter Film. Also das meiste, worauf ich gewartet habe bei einem Konzert, waren die Beatnuts tatsächlich. Die haben sich, glaube ich, mal drei Stunden Zeit gelassen. Die Beatnuts? Ja, die haben mit drei Stunden gewartet bis zum eigentlichen Konzertanfang. Das war das, was losging. Irgendwie um 23 Uhr ging es dann los. Ich dachte, Alter. Wann weißt du, wann das war? Also welches Jahr? Das war Anfang, ja. Wird ja wahrscheinlich so. Definitiv 2000er Jahre. Take it or squeeze it Zeit gewesen. Das war schon. Ja, eben siehst du, da hätte ich es noch verstanden, aber das muss ja dann später gewesen sein. Ja, das war später. Weil jetzt waren die auch gerade da und die spielen in Clubs, da wartet niemand. Nee, deswegen frage ich, weil ich bilde mir einen, die spielen heute vor 30 Leuten. Nee, das war schon die Primetime damals, wo wirklich auf der Book. Ja, aber das ist ja nicht Primetime. Nee, weil auf der Book und so, das ist ja das, was er meint. Take it or squeeze it. Und das war 97. Nee, das war später. Später? Ja, das war später. Aber nicht 2000er, Alter. Anfang 2000er würde ich schätzen, dass das Konzert war, hier in Berlin. Ja, das Konzert, aber das Album war doch nicht. Nee, nicht das Album, ich meine das Konzert. Okay. Okay. Die habe ich auch mal auf dem Splash gesehen. Ich zuletzt 2018, deswegen war ich. Oh, wow. Krass. In Duisburg, genau. Bei uns, und das Ding war echt voll, also es sind nicht mehr 30 Leute, sondern es war echt, also die Ü30 Leute wollen da auch echt hingehen. Was verlangen die noch für so ein Konzert? Da fragst du den Fall schon. Okay, achso, ja, gut. Ja, aber es ist 30 oder so, also das war 2018 der Normalpreis, wahrscheinlich jetzt bei 50, 70, habe ich so das Gefühl. Take it or squeeze it ist übrigens von 2001. Im Ernst? Ja, da hätte ich jetzt auch Wetten verloren. Wow. Von 2000. Ja, aber stimmt, da war ja auch Pharrell schon bei No Scape in This, glaube ich, Produzent, das muss ja dann schon ein bisschen später gewesen sein. Oh, Pharrell hat No Scape in This produziert? Nein. Nein, weiß ich nicht, aber der hat da, irgendeinen Track hat er da produziert. Auf dem Take it or squeeze it auch? Oder er ist zumindest dabei. Ich glaube, es war später. Oder war das von späteren Namen? Der hat später Beaten hat es produziert. Der hat irgendwas mit denen auf jeden Fall gemacht. Pharrell hat irgendwann was mit Beaten hat es gemacht? Ja, ja, später auf jeden Fall. The fuck? Sicher, dass ihr nicht die Alkoholics meint? Nee. Na, die hat er auch produziert. Da wären wir dann wieder bei ODB, das ist nämlich der beste Track von den Alkoholics. Na? Na. So, an die Alkoholics lasse ich nichts rankommen. Die habe ich auch dreimal live gesehen, Alter. Die sind groß, Alter. Und das war der größte Witz. Die habe ich mal in den USA live gesehen und die Show war so lächerlich, weil halt komplett clean alles. Oh, okay. Also clean Versions gerappt und kein Alkohol auf der Bühne und kein Weed im Publikum und so weiter. Und deswegen sind die halt auch immer so durchgedreht, wenn die in der Schweiz waren. Und das werde ich nie vergessen, Alter. Bei einem Alkoholics-Konzert in Zürich, Rote Fabrik. Die haben auf ihren Konzerten immer so Drink-Contests gemacht. Und das heißt, die haben dann halt aus dem Publikum Leute gepickt und dann hieß so, hier, jeder kriegt ein Heineken in die Hand und der, der es am schnellsten ausgetrunken hat, hat gewonnen. Und kriegt dann halt Alkoholics-Merchandise. Und dann so richtig schön, so ein Schweizer Urbauer-Typ, weißt du, einfach der, keine Ahnung, wie der da hingekommen ist, aber er wirkte völlig deplatziert, so. Den haben die auf die Bühne gezehrt, der kriegt das Heineken in die Hand. Und alle anderen völlig nervös, seelenruhig, Finger auf die Flasche, die Flasche ein paar Mal gedreht, so schön so ein Strudel erstellt. Das Ding über den Kopf gehalten, Daumen weg, Hals auf und mal kurz. Das Ding so in einem Zug einfach ausgeschüttet, in den Hals rein, Alter. Ey, die Jungs, die Alkoholics sind gar nicht mehr klargekommen, die so, Alter, was? Und er halt völlig selbstverständlich denen die Flasche zurückgegeben wird. Also, so wie man in Duisburg auch Bier trinkt, ich weiß gar nicht, was du sagst. So ein normaler Dienstag, halt genau. Hey, also ich hab das auch noch nicht gesehen, das ist völlig faszinierend. Okay, wie geil. Na. Ja. Die Alkoholics, Alter, das war auch mal was. Echt, und du findest den Track mit Oli Bier, also der ist schon weit oben, aber am besten besser als Damn und so. Ich weiß nicht, was für Track die haben, oder? Primetime finde ich noch gut. Only Random Drunk ist auch gut, ja. Und dann eben selbst diese Neptuns, also der, wie hieß der, Best You Can, war der Neptuns Track, ne? Ja, das war der Neptuns Track. Das war ein killer Ding, Alter. Den mochte ich auch, der war richtig geil. Also halt schon sehr anders dann, aber, ja. Ich mochte es tatsächlich auch, das Tash-Album, das Soul-Album. Ja, Mann. Fand ich auch fett. Voll. War auch gut. Ja. Herzlich willkommen beim Hip-Hop-Hop-Hop-Hop. Gute Mucke. Ja, sorry, sorry, haben wir so Kuttenträger da draußen. Die Metalheads, wo sind sie? Man kann sich auch einen Wu-Tang-Patch auf eine Kutte nehmen. Ja, kann man auch. Einfach mal machen. Dann können wir euch bekehren. Ja. Außerdem stimmt, das war in der Serie ja dann auch kurz Thema, dass es dann diese Angebote gab, mit diese Crossover-Tracks zu machen. Ja. Mit irgendwelchen Metalbands. Haben sie ja auch gemacht. Eben. Mit Black Sabbath zum Beispiel. Das ist ziemlich cool. Stimmt, ja. Und die haben ja auch mit Wu-Tang-Up mit Texas, mit Texas haben die, glaube ich, auch einen Song gemacht. Ja, genau. Mit dieser Band aus den 90ern. Ja, die sind sehr gut befreundet. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, aber... Das ist echt eine komische Kombo gewesen, ey. Der Track da ist... Ich habe nur Limp Bizkit mitgekriegt, oder? Ja, das war Method Man. Das war Method Man, ja. Nur Method Man? And Together Man. Ach stimmt. Das waren die ganzen Tracks, die damals auf diesen Hidden Chambers-Bootlegs drauf waren. Die haben sich da alle zusammen gekirchert. Aber da gab es ja immer Collabos, also so Judgment Night, der Soundtrack, wo sie dann immer eine Hip-Hop-Kombo genommen haben mit Metal oder Rock. Oder hier Jay-Z, die Collabos mit Link geparkt natürlich. Und das war natürlich ein ganzes Album. Loud hatte ja ein eigenes, das war Loud Rocks. Und da war der Wu-Tang-Clang halt auch mit zwei Tracks drauf und da war echt ein gutes Ding. So Onyx mit Antracks. Da war auch Only When I'm Drunk drauf mit Crazy Town. Okay. Der Song ist gut. Wirklich? Ja, der ist wirklich nicht schlechter. Und Damn ist da übrigens auch drauf. Okay. Da weiß ich aber nicht mit wem. Weiß nicht mit wem. Das ist eine coole CD gewesen. Nee, weiß ich aus dem Kopf nicht. Die Antrack-Version Public Enemy war auch fett damals. Bring the Noise. Stimmt, Public Enemy war das mit Antracks. Die war auch geil. Gab schon ein paar gute Sachen. Ja. Oder du bist halt Beastie Boys und machst halt gleich irgendwie so ein Mashup aus Rock und Gitarren und Hip-Hop. Das kann man natürlich auch machen. Die kann man im Rockladen spielen und im Hip-Hop-Club. Das ist schon ganz geil. All right. Ja. Okay. Das heißt, jetzt dürfen wir, also vergibst du jetzt Punkte für die ganze Serie oder? Bist du schon wieder nervös? Nee, ich wollte wissen. Ich dachte, du kündigst das an, wenn du irgendwie, wenn irgendwas war. Nee, nee. Das sah so aus, als ob du gerade ein Zellen umgedreht hast. Ja, ich wollte nur nochmal nachgucken, ob das nicht auch dabei war. Warte ich bei? Nee. Ich habe hier noch alle fünf von dir zu liegen. Einmal ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ich habe schon wieder vergessen. Ich mache jetzt, glaube ich, nur Staffel drei, oder? Staffel drei. Ja, Staffel drei. Fair enough. Ähm, ja. Okay. Ja, ich glaube, wir haben einen Ruck. Gast darf anfangen. Ich sage, du gibst halbe Punkte? Ja. Ja, musst du überlegen. Also, das ist kein halber Punkt. Du Fuchs. Gast der Stratege. Ähm. Neun. Mhm. Dennis? Ja, das hört sich gut an. Das sage ich auch. Das ziehe ich mit. Ich sage auch neun. Habt ihr richtig getroffen. Ey. Abkurs bei neun. Was ist mit euch beiden? Wo seid ihr punktemäßig für die? Ich bin bei einer vollen zehn. Du bist bei einer zehn. Wir sagen jetzt nur die dritte Staffel? Ist nur die dritte, ja. Keine Gesamtwerte. Ach so. Na, bei der dritten wäre ich bei neun. Ja, ich auch. Und gesamt würde ich das jetzt schon auch nochmal aufwerten. Auf? Tatsächlich glaube ich auch auf neun, weil das so als Gesamtpaket ist schon echt ein harter Ritt und als Fan ist das, also für mich war es halt wirklich was so, da geht dir das Herz auf. Fanservice vom Feind. Total. Ja. Siehst du auch so? Ja. Würdest du auch neun geben für die ganze Zeit? Du sagst zehn für die ganze Zeit. Bei zehn, ja. Aber neun ist perfekt. Also die ist einfach. Also alle, die auch keinen Hip-Hop, beziehungsweise was auch hören, hört sich die Alben an und dann die Serie. Das macht Spaß. Das ist einfach perfekt getroffen. Ja. Gutes Begleitmaterial. Bisschen ausführlich vielleicht, aber trotzdem. Ja, ja. Muss man als Fan auf jeden Fall gesehen haben, finde ich. Nice. Cool. Schön, schön. Kommen wir zu Gess. Kommen wir zu mir. Und da haben wir schon zwei Supporter hier zu sitzen haben, von denen wir auch schon das eine oder andere Los abgehakt haben und hier besprochen haben. Gibt es noch andere Supporter, die uns Lose reinschmeißen und für diesen Monat habe ich einen losgezogen. Das werde ich jetzt rezensieren. Und das von unserem Kumpel Finn. Also schönen Gruß dahin. Und Finn hat einen los reingeworfen von einem Film, der heißt Shorter. Mit A am Ende. Ist ein dänischer Film, der heißt International Enforcement. Unter diesem Titel findet ihr den bei Letterboxd. Und ist von dem Regisseur und Drehbuch-Duo Frederik Louis-Quidt und Andreas Oehlholm. Der letzte hat diese Endboy-Trilogie inszeniert. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal rausgehört habt. Es gibt nicht nur Endman, sondern es gibt tatsächlich auch einen Endboy, der in Dänemark noch einen Sequel und dann nochmal einen dritten Teil tatsächlich nachgezogen hat. Also ist ziemlich erfolgreich da gewesen. Und ist mehr für die jüngere Zielgruppe. Und jetzt bin ich auch schlauer und weiß, was Shorter bedeutet mit A am Ende. Denn das ist die arabische Bezeichnung für die Polizei. Und ich habe ja kurz mal gegoogelt, was das für ein Film ist. Und ich hatte den Eindruck, dass das so ein Cop-Thriller ist. Und genau das ist es am Ende. Also wir erfahren am Anfang des Films aus den Nachrichten, aus den News und was man so im Radio und was man im Fernsehen hört, dass ein junger Araber durch zu harten Polizeieinsatz schwer verletzt worden ist und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und der Schauplatz und der Heimatbezirk dieses jungen Mannes ist Svalegaden. Das ist ein absoluter Brennpunkt in dieser dänischen Stadt. Es wird noch nicht ganz raus, wo das Ganze spielt. Das ist ein Betonghetto. Die Kriminalitätsrate da ist extrem hoch. Und dann sind wir in der Polizeiwache und wir bekommen mit bei so einer Ansage von den Vorgesetzten, dass es da hieß, dass dieser Bezirk gemieden werden soll von der Polizei. Bis sich die Gemüter ein bisschen abkühlen, weil die gehen davon aus, dass da eventuell Unruhen gibt und dass die Polizei auf den Kicker geraten wird von diesen ganzen, von den Bewohnern da aus, in diesem Teil. Und Jens, das ist ein recht uiger Polizeibeamter, so ein bisschen introvertiert, der wird mit Mike auf Patrouille geschickt. Und hier haben wir so eine Training-Dynamik, weil dieser Mike ist halt ein absolutes Gegenteil von Jens. Das kommt halt in seinen Statements raus, dass er halt über Zigeuner, wie er sie abfällig nennt, halt irgendwie herzieht. Das ist ein absoluter Rassist, ist sofort auf 180, lässt sich halt leicht provozieren von einem schiefen Blick und so. Und die beiden sind halt zusammen auf Streife. Und die folgen einem Auto, wo ein kleiner Junge irgendwie auf der Rückbank aus der Windschutzscheibe rausguckt und dann siehst du, wie der vorne zu dem kleinen Jungen sagt, der soll mal seinen Kopf senken und so hin und her. Und das macht die beiden aufmerksam, weil die kennen nämlich auch den Fahrer des Autos und folgen dem. Das Problem ist bloß, die folgen dieses Auto nach, ja, in diesem Bezirk, nach Svalegaden, in diesem Problembezirk. Und dieser Typ, der das Auto gefahren hat, der auch Stadtbekannt ist, ist jemand, der schon kleine Kinder und Jugendliche rekrutiert, die später dann irgendwie so Gangaufgaben für ihn machen und die so ein bisschen auf die Straße gehen und Drogen dealen. Die er so auf die schiefe Bahn schickt und das wissen die. Und deswegen filzen die das Auto, holen diesen Jungen da raus und machen da Stress und sind dann direkt in diesem Problembezirk, wo die Polizei sowieso gerade auf dem Kicker ist. Und sehen schon so die Augen, so weißt du, vom Balkon, von irgendwelchen Leuten. Und du merkst schon, dass es schon so eine angespannte Stimmung ist. Und dann fahren die weiter und Mike lässt sich dann, das ist dieser aufbrausende Bulle, lässt sich dann von einem Jugendlichen provozieren, der ihn an der Ampel irgendwie schief anguckt und das reicht ihm schon. Tritt auf die Bremse. Der optimale Polizist. Ja, ja, er steigt aus, ist auf 180 und meint so, ja, ausgerechnet mich willst du eyeballen und so hin und her und provoziert ihn halt so übel, dass filzt ihn halt seine Taschen und sagt so, kipp mal in den Rucksack aus, nimmt halt alles, was in deinem Rucksack drin ist, schmeißt sie auf den Boden, weißt du, meint so, ja, hast du irgendwas in deinen Taschen, wo ich mich verletzen kann, kontrolliert ihn halt so und leert halt seine Taschen aus und so. Er sagt so, ja, kann ja immer noch sein, dass du was in deine Unterhose drin hast. Und dann lässt er ihn halt die Hose runterziehen. Und dann siehst du schon hinten Jugendliche auf einer Bank, die langsam aufstehen und die denken so, okay, alles klar so und die gehen schon langsam in die Richtung von den Bullen. Und Jens, dieser Rüge, sagt zu ihm so, ja, warum machst du jetzt diesen Stress so? Also, was soll das, weißt du, wir sollen sowieso nicht hier in diesem Bezirk und jetzt sind wir hier und du machst hier so eine Action und so und lass mal abhauen. Ist doch okay jetzt, weißt du, aber der lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern guckt ihm halt so in die Unterhose und sagt so, ja, hab ich mir gedacht, kleiner Schwanz, weißt du. Und lässt sich halt nichts sagen von dem. Und dann wollen die wieder losfahren. Und dann fliegt Milchshake an die Windschutzscheibe. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Lage eskaliert. Weil den Jugendlichen haben die mitgenommen. Der sitzt auf der Rückbank, ist halt gefesselt mit einem Kabelbinder. Und dann fliegen Steine ans Auto. Und zwar so, dass die Windschutzscheibe so knallt, dass man nichts mehr sieht. Das heißt, die Windschutzscheibe ist so aufgeplatzt, dass die Polizisten nicht mehr sehen können, wo die hinfahren. Und dann fahren die irgendwo gegen. Und dann ist die Jagdsaison auf die beiden Cops eröffnet. Und mitgezogen wird halt der junge Sami, der halt die ganze Zeit auf der Rückbank sitzt. Und bald brennt auch der ganze Stadtteil und es herrschen halt Kriegszustände. Mittendrin sind halt die zwei Cops und der Junge. Und es eskaliert halt auch unter anderem, weil mittlerweile bekannt geworden ist, dass der Junge, der am Anfang verhaftet worden ist, dass der im Krankenhaus mittlerweile gestorben ist. Und jetzt sind die natürlich auf 180, der ganze Bezirk. Und jeder Cop, der da irgendwie unterwegs ist oder der irgendwie gesehen wird, auf denen wird halt die Jagd eröffnet. Und die beiden sind jetzt halt mittendrin. Und das ist die, das ist so die Rahmenhandlung von Shorter. Und der erinnert natürlich an die französischen Vorbilder, La Haine oder die wütenden, Les Miserables, ist definitiv das gleiche Fahrwasser. Oder auch an die Rodney King Unruhen, die auch ab und zu mal verfilmt worden sind in irgendwelchen Filmen. Und das ist eine dänische Version dieser besagten Kopffilme mit diesem Szenario. Und ich muss sagen, der steht denen nichts nach, Alter. Der ist super gut. Also der ist sehr bedrückend. Der ist halt, die ganze Zeit bist du irgendwie auf 180. Du bist durchgehend unter Strom und angespannt, weil die können halt keinen Häuserblock weit laufen, ohne dass irgendwelche Jugendlichen da langlaufen und die erkennen, weißt du, und wissen, das sind die beiden Bullen, auch wenn die jetzt ein Kapuzenbullover anhören. Und die sind sich halt nirgends, die sind nirgends sicher. Und sind dann mit diesem jungen Araber unterwegs, was auch sofort die Aufmerksamkeit von irgendwelchen Leuten auf sich zieht. Und das ist ein krasses Szenario. Und wir verfolgen praktisch in Echtzeit diese Polizisten mit diesem Jungen in diesem Schmelztiegel, was mit dieser hohen Kriminalitätsrate, weil jeder gewaltbereit ist. Wie haben die das bildsprachlich gemacht? Nicht zu reißerisch, wenn das jetzt die Frage ist. Also, was meinst du bildsprachlich? Na, ist das wieder so ein Szenario, wo man eben mit der Kamera sehr nah an diesen beiden Polizisten ist und darüber diese Bedrohung auch so ein bisschen erhöht wird? Na ja, auch klar. Wenn die durch so einen Betonbunker dann rennen, weißt du, und die Stockwerke hochrennen, dann ist die Kamera halt hinten dran. Und auch aus der Hand gefilmt. Ja, ist aus der Hand gefilmt. Also, es ist schon wenig statisch, sondern ist sehr viel Energie auf jeden Fall auch inszeniert worden. Du bist da ziemlich dicht dran. Okay. Und dadurch bekommt man auch das Chaos mit, wo die beiden so ein bisschen drin sind. Keiner von euch kennt den, oder? Nee, aber interessiert mich sehr, weil ich mochte die Wütenden. Ich mag Laen. Und es gab auch jetzt letztes Jahr auf Netflix den Athena, hieß der, glaube ich. Oder Athena, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Okay. Und das war ein One-Shot von sowas. Ah ja, krass. Und das war natürlich visuell dann nochmal eine ganz andere Nummer, wo man dann wirklich quasi sich fühlt, als wäre man dabei. Und solche Szenarios finde ich immer mega spannend. Deswegen habe ich mich dann gerade mal auf die Watchlist gepackt. Ja, wenn du Laen und die Wütenden mochtest, dann ist das definitiv deine Baustelle. Ja. Und dadurch, dass dieser rassistische Korb halt so mitten in diesem, also er hat sich auch keine Freunde gemacht vorher, weißt du, die haben ihn erst recht alles als Feindbild. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, wann Jens und dieser Mike sich dann in die Haare kriegen und trennen. Weil der nämlich mit seinem Charakter nicht klarkommt. Und der muss sich dann teilweise auf ihn verlassen. Kann das aber nicht. Und dann trennen sich halt die Wege von den beiden. Und dann sind die so ein bisschen auf sich allein gestellt, was dann noch schwieriger wird, da zu überleben. Also es ist schon eine krasse Grundstory. Hat mir gefallen. Short-Anforcement fand ich gut. Also dieses Setup, dass du irgendwelche Leute hast, die in einem Viertel abgesetzt werden oder plötzlich in einem Viertel landen, wo sie nicht sein sollen und dann gucken, dass sie da lebend rauskommen müssen. Das gab es ja nun wirklich schon oft. Ja, die Grundprämisse ist jetzt nicht allzu neu. Aber das ist ja trotzdem spannend. Ja, die Umsetzung ist gut. Definitiv. Und ich meine, wir haben ja viele Filme aus Dänemark gehabt. Wir haben ja hier Lars von Trier, weißt du, dann irgendwelche Drahmen wie das Fest und so. Oder halt die ganzen Mars-Mickelson-Filme, weißt du. Das sind ja meistens so schwarzhumorige Thriller-Komödien oder hier in China essen die Hunde. So einen Film hatten ja alle. Ja, ich hatte ja auch schon diesen Kriegsfilm. Ja, stimmt, du hattest den Kriegsfilm. Aber dass ich hier so einen Kopf-Thriller halt habe in Dänemark mit dänischen Polizisten, in dem Genre war mir das neu, auf jeden Fall. Das ist der erste Film, den ich in dem Bereich gesehen habe. Aus diesem Land. Und das ist ein guter Einstand gewesen. Also schon gut unter Strom, wenn du diesen Film siehst. Über diese Stunde 48. Von wann ist der? Stunde 48 geht der? Ja, 2020. Ah, doch so neu. Okay. Wie ist das gewichtet? Sind die schon, also wie schnell landen die in diesem Viertel? Das geht alles relativ schnell. Ich glaube, nach einer Viertelstunde sind die schon in der Herzjagd mit drin. Obwohl, naja, so 20 Minuten siehst du vielleicht, wie die Leute drangsalieren und wie die halt diese Verfolgung da aufnehmen. Ja, gut, aber das ist ja trotzdem sehr schnell dann. Das geht schon relativ schnell. Auf die Filmlänge gesehen, ja, okay. Der sagt ihm ja auch so, der besonnene, weißt du, der ruhige Jens sagt ihm auch so, ey, eigentlich sollen wir da nicht hinfahren und so. Der sagt ja, wir nehmen doch Erfolgen auf. Das ist ja hier, weißt du, funkt das durch und fertig so. Also wir müssen ja trotzdem Verdächtige irgendwie folgen, egal wo die hinfahren. Und dann eskaliert die Situation. Klingt voll gut. Sind das so Filme, Amco, die du dir angucken würdest? Wieso nicht? Klar. Voll. Habe ich kein Problem mit. Wenn man so, hast ja auch eine relativ gute Spanne gehabt. Du hast ja diesen einen mit Medillen, hast du ja hier reingeschwissen bei mir. Genau, den hast du geguckt, richtig, ja. Ja, das ist einmal irgendwie das, was ich gerade irgendwie zu sehen, beziehungsweise ich habe das Buch ja gelesen, das habe ich, glaube ich, einmal geschrieben. Also das von Charles Bukowski. Genau. Das war, glaube ich. Zunächst ist der Zähle-Krise von Bukowski und dann aber bis Booty Call, hast du schon eine ganz schöne Spanne. Ja, 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 ja. War Friday auch von dir? Oder Next Friday? Ja, ein Teil war von ihm, ein Teil war von Alex, glaube ich. Irgendein Teil, ja. Haben sich ergänzt, ja. Und gerade, was in der Nähe war, habe ich dann irgendwie vorgeschlagen. Ah, da hast du das Buch gelesen von Bukowski? Genau, genau, ja. Da war ich irgendwie auf Thailand und habe irgendwie Zeit gehabt und ja, habe das Buch dann irgendwie gelesen, weil ich das natürlich vorher natürlich die Serie zu Ende gemacht habe und zwar Califonication. Da wird Charles Bukowski ja sehr oft erwähnt und nachgespielt und was auch immer. Und daher habe ich das Buch dann gelesen und dann habe ich gesagt, komm, dann schmeiß ich den mal rein, weil das Buch schon, ja, okay war. Es war jetzt nicht extrem spannend, aber ja, deswegen mein Pick. Und Lee hat ja hier Best of the Best und so. Warst du zufrieden mit unseren Rezensionen, die wir dann? Haben wir delivered? Ja, ja. Best of the Best war ganz geil, Mann. Ja, also ich bin auf jeden Fall, also wenn Nummer 1 Fan wäre, wäre das der 90s Film. Also einfach immer, ich habe gestern noch American Fighter 2 gesehen, das wird ja auch noch was sein, ja. Wow. Das ist, ich weiß nicht, also einfach, die waren schlecht, aber irgendwie hat das was. Du, den Kopf haben wir noch nicht gehabt hier, glaube ich, in diesem. Dann mache ich es. In dieser ganzen Zeit, ja. Stimmt. Cool. Ja, ja. Ja, soviel zu shorter. Dann würde ich jetzt die Punkte nennen. IMDb 6,5, Metascore 64, das ist alles so durchschnittlich. Rotten Tomatoes 6,5. 3,6 vom Publikum und Letterboxd ist bei einer 3,2. Dennis darf anfangen. Dennis darf anfangen. Ich sage 8,5. Das ist doch krass. Achso, ich bin dran. Ja, 8,5. Tatsächlich, hätte ich auch gesagt. 8. Aus Prinzip, was anderes. Du sagst 8. Ich kann es überlegen, aber... Einer liegt es richtig. Im Ernst, nur 8? Ja, es sind 8 Punkte für Amkore. Das klang aber nach sehr viel mehr Euphorie. Ich hatte halt auch erst sogar an 9 gedacht. Und man dachte, die Hände in L.A.N. und so ist schon noch ein Schnuff besser. Eben, ja. Naja, aber genau genommen hat er gesagt, dieser Film steht denen in nichts nach. Stimmt, stimmt. Also, das klang nach sehr viel mehr Euphorie. Besten Willen. Okay. Steht ein bisschen nach, hätte ich sagen. Ja. Mies, irritiert. Siehst du? Völlig verarscht hast du. Ja, richtig verarscht. So, halb miesen für mich. Und Dennis? Du hast übrigens einmal beim Liga getroffen. Das war jetzt beim Bingo. Ach, was schweigt der hier? Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja, genau. Den kannst du immer umdrehen, jede Episode. Das ist ja kein Thema. Ja, glaube ich auch. Gut. Das stimmt. Ich habe aber auch nicht so fiese Sachen wie Letterboxd oder so genommen, weil das kommt ja immer. Das wäre es. IMDB. Ding. Fertig. Alright. Cool, jetzt Dennis. So viel zu shorter, dann sind wir bei Dennis. Ja, ich habe was Spezielleres. Mal mitgebracht. Das wird, wo wir gerade schon bei Supportern waren, das wäre was, was Yoshimitsu vielleicht gefallen könnte. Das war auch der, der neulich Samurai Cop geguckt hat. Warte, den habe ich hier. Dummer Samuizimitsu. Genau der. Pass auf, Yoshimitsu ist aktuellster Film, den er in Lust aufgeschmissen hat. Weißt du noch gar nicht, weil wir haben noch die Lose nicht geschrieben. Der Formel 1 Film aus den 80ern. Kennt ihr noch Formel 1? Ja. Kennst du noch Formel 1, die Musiksendung? Alter. Peter Illmann, Igor Flöck, Stefanie Tücking. Ja, ja, ich kenne die Sendung. Willst du mich verarschen? Die hatten mal einen Spielfilm. Im Ernst. Formel 1, der Film. In irgendeinem Podcast habe ich den auch schon mal besprochen gehört. Ich weiß nicht, ob das Filmfressen war oder so, aber irgendwer hatte den schon mal. Ja, den haben wir jetzt im Losthof. Juhu. Das war ja echt, das war ja meine Jugend. Die habe ich damals immer auf VHS aufgenommen, die in den 80ern Formel 1, die Sendung. Aber was hatten die noch für eine Intro-Mucke? Weil ich, das ist optisch. Ja, war das hier nicht? Yellow war das. Ja, The Race, ne? Ja, The Race, genau. Guter Mann. Ja. Genau. So, Alter. Der V1-Fil, Alter. Das ist wirklich eine Weile her. Ja, weil ich euch ja sonst immer mit solchen Filmen eher quäle, habe ich gedacht, ich gucke mir die mal selber an und bringe die mit. Das ist nett. Sagt euch zufällig der YouTube-Channel 5 Seconds Films etwas. Ist das das, wo die in 5 Sekunden den Film zusammenfassen? Ne, die machen so Kurzclips. 5 Sekunden lang mit absolutem Schwachsinn. Okay. Und der Film, den ich vorstelle, der war auch mal so ein 5-Minuten-Clip. 5-Sekunden-Clip. Also, die haben so einen 5-Second-Clip von einem Slasher quasi gemacht. Sollte ja eine schnelle Rätsel sein dann. Genau. Und das kam wohl sehr gut an. Dann haben sie daraus einen Trailer gemacht, um ein bisschen mehr zu machen. Der kam noch besser an. Und dann haben sie eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und der Film heißt Dude Bro Party Massacre 3. Ach, okay. Also, die haben schon einen langen Film gedreht jetzt. Der fertige Film ist keine 5 Sekunden lang. Nein, nein. Das ist immer weiter gewachsen, bis sie jetzt dann quasi den langen Film hatten. Und ich bin auf den Film eigentlich nur gekommen, weil das Poster so ultra geil ist. Das kann ich jedem empfehlen, sich mal anzuschauen oder sich zu malen. Die haben bei Kickstarter, das haben die 250.000 zusammengekratzt. Oh, wow. Und haben dann daraus den Film gemacht. Das mit dem Budget ist ein bisschen merkwürdig, weil da gibt es eine Doku, die den unfassbar geilen Namen hat, Livers of Darkness. Es gibt ja Hearts of Darkness und bei ihnen ist es Livers of Darkness. Clever. Und in der Doku wird irgendwie 500.000 als Budget erwähnt. Bei Kickstarter waren es aber nur 250.000. Und bei Wikipedia steht 400.000. Also, so richtig ist man sich da auch nicht einig, was da dann das Budget am Ende des Tages war. Okay. Aber es sind Amerikaner. Es sind Amerikaner, genau. Und den Film kriegt man aber auch nur bei denen auf der Internetseite. Da kann man sich den leihen oder kaufen. Also, der hatte ein Festival-Release, glaube ich, in Los Angeles auf dem Filmfestival und sonst nichts. Also, kein Kino, kein gar nichts. Da kriegt man auch tatsächlich keine Blu-Ray oder DVD oder sonst was. Gibt es online, aber es ist eine Bootleg halt. Ja, aber eben ist das in der Auswertung wahrscheinlich insofern schwierig, weil wenn die den online zum Kauf anbieten, dann kommt natürlich kein Verleiher und sagt, ja klar, nehmen wir auf. Genau. Das haben sie quasi selber gemacht. Und das ist ein Kollektiv von mehreren Leuten, aber die drei, die das größtenteils geschrieben haben und auch die Regie geführt haben, waren Tom Jacobson, Michael Rousselet und John Salmon. Und die spielen in dem Film auch größere Rollen jeweils. Also, die haben quasi Freunde und Bekannte besetzt. Die einzige etwas bekanntere Darstellerin, die da mitspielt, ist Olivia Taylor Dudley. Die kennt man, die kennt vielleicht jemand, der Horrorfilme mag, aus Chernobyl Diaries, der unfassbar scheiße war. Oder vielleicht kennt Alessandro Dichner aus Paranormal Activity 4. Kennt sie, ich weiß nicht, hat er den schon? Ne, ne? Der ist bei drei, glaube ich, gerade bei euch. Der ist, glaube ich, gerade bei drei. Also kommt die beim nächsten Mal nochmal wieder. Juhu. Sehr attraktive Frau. Ja. Aber jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ja, hast du gehört, Gers? Sehr attraktive Frau. Dennis geht auch in die Richtung. Ja, ich bin da nicht so überfällig. Da ging es nicht darum, wie talentiert die ist, sondern der Charakter ist wichtig. Ja, spielt in diesem Film aber keine Rolle, weil sie die ganze Zeit fast eine Maske trägt. Oh, okay. Ich habe jetzt aber hier, damit ich den Film richtig schreibe, habe ich den bei Letterboxd aufgerufen und bin schon ein bisschen irritiert, weil ich habe hier einen sehr namhaften Herrn im Cast, den ich sehe. Ja, da gehe ich gleich nochmal rein. Okay, gut. Es gibt einige Cameo-Auftritte. Also die bekannten Namen, die da mitspielen, da komme ich gleich nochmal zu, das sind dann größtenteils Cameos und davon gibt es ein paar, die mehr oder weniger alle kennen und auch ein paar Auftritte, die eher in eine speziellere Richtung gehen. Aber ich erzähle erstmal nochmal was zur Machart, denn der Film ist in 1.33 zu 1 gedreht, also schön kantig. Sieht halt aus wie eine VHS und man kann den bei denen auf der Seite auch in VHS-Optik kaufen oder als HD-Version. Falls jemand vorhat, den zu gucken, holt euch die VHS-Version, weil das hat einfach einen unfassbaren Charme. Die haben den halt mit richtigen Kameras gedreht und danach einen Filter drüber gejagt, aber der zieht. Also das wirkt gut. Echt? Ja. Das sieht halt echt so aus, als wenn du dir eine VHS auf dem Röhrenfernseher reinziehst. Das ist schon ziemlich cool. Ja, ich versuche mal ein bisschen die Handlung zusammenzufassen. Die ist nämlich so abstrus, dass das gar nicht mal so einfach ist. Wenn man den Film einschaltet, kriegt man erstmal den rotesten Bildschirm, den man jemals gesehen hat auf seinem Fernseher. Also da kann man erstmal einen richtig schönen Kontrastabgleich machen und dann kommt eine Texteinblendung, dass dieser Film die letzte existierende Kopie von den Ereignissen ist, die da gezeigt werden. Alle anderen wurden durch einen Befehl von Ronald Reagan zerstört. So. Und dann kommt eine Szene, die ich als geilste Title Card Ersatzszene aller Zeiten bezeichnen würde. Man sieht ein paar Männer, ein paar Bros oben ohne im Pool partien und alles in Slow-Mo und einer sagt halt Dude und der andere Bro und der letzte Party. Und in dem Moment wacht unser Hauptcharakter Brock quasi aus einer Hypnose bei seiner Psychologin auf und sagt Massacre. Okay. Und die Psychologin beginnt ihren nächsten Satz mit Three. Also hast du quasi so die Title Card quasi ersetzt bekommen, indem die das so gebaut haben und das fand ich schon mal unfassbar flashig. Das war richtig, richtig witzig. Und er ist halt bei der, das ist glaube ich die Schulpsychologin, weil er über die traumatischen Ereignisse der Dude Bro Party Massacres 1 und 2 reden möchte. Ach so. Also in dem Film wird das dritte Massacre gezeigt, aber er redet dann erstmal am Anfang sechs Minuten lang über die ersten beiden Massaker. Und man kriegt in den ersten sechs Minuten quasi eine Zusammenfassung, was da geschehen ist und sieht da schon locker 25 Kills, die alle so abstrus sind und richtig schön practical gemacht und auch teilweise an alte Slasher-Klassiker halt erinnern. So, da hat man halt Szenen dabei, wie einem der Kopf mit einem Sägeblatt zerteilt wird und jede Menge Blödsinn, viele nackte Brüste, viel Party, viel Bier und halt Morde. Gab es denn zu 1 und 2 auch diese 5-Second-Geschichte? Nein. Das haben sie jetzt hier quasi reingebastelt. Und ja, und er erzählt halt, was da geschehen ist und die Massaker wurden alle verübt vom sogenannten Killer Motherface. Motherface ist eine ehemalige von so einer Studentenverbindung, die Hausmutter. Und bei einem Party-Prank ist das Haus aus Versehen in Brand geraten und sie ist verbrannt. So. Okay. Und Treg hat halt ein schwer von Narben gezeichnetes Gesicht. Beim ersten Massaker gelingt es den Jungs quasi die Mutter zu töten. Beim zweiten Massaker gelingt es den Jungs die Tochter zu töten, die das Werk übernehmen und vollenden wollte. Und so sitzt unser Hauptcharakter Brock Schirino jetzt bei der Therapeutin und möchte gerne darüber sprechen. Und redet sich das alles von der Seele. Und als er damit fertig ist, steht die Therapeutin auf, setzt sich die Motherface-Maske auf und schneidet ihm die Kehle durch. Okay. Und dann kommt ein Zeitsprung und wir sehen eigentlich wieder unseren Protagonisten, aber es ist sein Zwillingsbruder, Brent Schirino. Und der skatet in bester Simpsons-Manier durch die Stadt. Also es ist auch so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie Bart, der da durch Springfield fährt. Und dort trifft er auf einen, da fährt er aus Versehen in einen Rollstuhlfahrer rein. Und mit dem freundet er sich so ein bisschen an. Und der bringt... In einer langen Freundschaft. Genau. Ein Rollstuhlfahrer um den Nieten erstmal mit dem Skateboard. Genau, so wird es gemacht, ja. Und der Rollstuhlfahrer heißt Nedry Hatchies. Auch ein wundervoller Name. Geile Rollennamen. Ja. Und der bringt ihn dann zum alten Verbindungshaus von Brock, weil Brent, der Zwillingsbruder, dort recherchieren will, wer seinen Bruder umgebracht hat und ihn quasi rächen möchte. Und versucht sich dann dort auch so ein bisschen mit den Dudes anzufreunden. Und der Football-Guy, der als erstes aus der Tür kommt, wird gespielt von Greg Sestero. Den ihr aus The Room kennt. So. Und dann gibt es da noch ein paar andere Charaktere. Einer davon heißt Turbo. Aber T-U-R-B-E-A-U-X, weil er Franzose ist. Ach, Turbo. Turbo. Der Typ ist für mich ein absoluter Knaller in dem Film. Weil der auch viele Dialoge, das ist Paul Prado, den kennt kein Mensch, den Darsteller. Der ist auch so aus dem Umfeld. Und der hat viele Dialoge improvisiert. Und einen Monolog hat er, wo er seine persönlichen Unzulänglichkeiten beschreibt. Der ist ein Traum. Wirklich. Ich konnte nicht mehr. Ich bin gestorben vor Lachen. Ein Traum. Ja. Und Brent versucht sich dann in die Gruppe so ein bisschen zu integrieren. Und damit er aufgenommen wird, muss er sich am Annual Prank beteiligen. Also diese Verbindung macht jedes Jahr einen Riesenprank. Und man sieht auch in einem Rückblick, dass ein paar vergangene etwas aus dem Ruder gelaufen sind. Unter anderem haben die zum Beispiel ein ganzes Dorf geflutet und alle Bewohner, die da gelebt haben, getötet. Oder haben sich bei irgendeiner chilenischen Miliz beteiligt und haben irgendwie dem CIA entgegengearbeitet. Also die Pranks sind komplett außer Richtung gegangen. Und dieses Jahr ist es relativ harmlos. Er soll mit dem Rollstuhlfahrer Nedry zu einem Radiosender gehen und abfällig über die Dekanin reden. Die Dekanin wird gespielt von Nina Hartley. Kenner schmunzeln? Eine Porno-Legende. Okay. Okay, nie gehört. Müsste man wissen anscheinend. Ja, ist etwas in die Jahre gekommen. Aber weil sie vorher eine ganz, ganz gepflegte Runde Edward Fortyhands spielen. Und man sich zwei Flaschen Forty-Os an die Hände tapet und die dann aus-extet. Also nochmal den Come Out to Play-Button vielleicht drücken. Come Out to Play! So, ja. Ja, so ungefähr. Sind sie schon sehr angetrunken und biegen nicht links zum Radiosender ab, sondern rechts zum Tower vom örtlichen Flughafen. Und funken die Nachricht dar. Das Ganze hat leider den Nebeneffekt, dass 2747 über einem Kinderheim kollidieren und alle sterben. Alter, grandiose Handlung, ey. Genau. Sehr weird. Und das sind erst die ersten 20 Minuten. Ach. Ja, die Dekanin ist dann dementsprechend ziemlich entsetzt. Und verband die Jungs an einen See in eine Hütte, damit sie keinen weiteren Schaden anrichten können. Und da an der Hütte angekommen, geschehen dann wieder Morde. Und es liegt nahe, dass es wahrscheinlich wieder Motherface sein wird. Und gleichzeitig möchte aber Brand immer noch rausfinden, was mit seinem Bruder geschehen ist und wer den halt getötet hat. Und man kriegt dann quasi ab da eine absolut skurrile Geschichte mit ganz merkwürdigen Charakteren, die da an einem Haus am See abhängen. Und nacheinander halt das Zeitliche segnen müssen. Auf merkwürdigste Art und Weise. Geil. Das heißt, wir erfahren doch noch irgendwann, in welcher Form die Therapeutin mit der Mutter und der Tochter zu tun hatte. Genau. Ja. Ist die Auflösung so abstrus, wie die Handlung klingt? Kann man schon drauf kommen, aber darum geht es in dem Film eigentlich nicht. Also prinzipiell, die Tagline von dem Film ist, don't let a bro see it alone. Und das beschreibt den Film eigentlich perfekt, weil den kannst du dir super angucken, wenn du mit einem Kumpel ein paar Bierchen zischt und dir den Film reindrückst. Weil das ist ein Slasher als solches, auch handwerklich echt nicht schlecht gemacht für das, was die halt zur Verfügung hatten. Aber noch wahnsinnig lustig obendrein. Und ich habe ein Problem mit gewolltem Trash, aber die haben es geschafft. Ja, es klingt aber schon so, als hätten die darauf abgezielt. Also die wissen schon, was sie da machen, haben aber jetzt nicht irgendwie ihr Budget verbraten für gewollten Schwachsinn oder das irgendwie aufpoliert, sondern haben wirklich mit Practicals gearbeitet. Wenn man sich die Dokus anguckt, dann sieht man das auch, was sie da gemacht haben. Irgendwie einen Ballon mit Gedärmen in ein T-Shirt gesteckt und aufgeschnitten und solche Sachen halt. Da kommen ziemlich viele abstruse Kills halt rein. Und es gibt noch einen Sideplot mit einem Polizisten. Der wird darauf angesetzt, das Ganze zu lösen. Officer Schminkel ist auch ein Traum, der Typ. Und der fährt halt die ganze Zeit mit seiner Kollegin durch die Gegend. Und da haben sie auch schön die Rückprojektion benutzt. Das sieht so richtig schlecht aus, wie die im Auto sitzen. Der Bus wackelt so ein bisschen und im Hintergrund siehst du merkwürdigste Fahrtwege. Und die lenken halt die ganze Zeit, also ein bisschen wie bei Pulp Fiction in der Taxifahrt. Da sieht das ja auch so wahnsinnig abstrus aus. Und solche Szenen halt, wo du halt merkst, okay, die haben aus ihrem Budget alles rausgeholt. Und es wirkt aber so wahnsinnig witzig dabei einfach. Und das ist einfach ein purer Partyfilm. Der macht genau das richtig, was er machen muss. Und Gers hatte ja gerade schon gesagt, es gibt tatsächlich einen sehr bekannten Menschen, der da mitspielt. Und das ist Patton Oswalt. Er spielt den Polizeichief. Patton Oswalt spielt aber in sehr vielen von solchen Blödsinn-Filmen mit. Also der hat da wohl ein Herz für und der kennt auch die Jungs ganz gut. Und man hat dann zum Beispiel noch Larry King. Der hat mal ein Interview mit denen geführt und hat dann in dem Interview gesagt, dass er schon in vielen Filmen mitgespielt hat, aber noch nie getötet wurde. Ja. Das ist in dem Film offensichtlich anders. Genau. Und für die Metalheads spielt noch Andrew W.K. mit. Den kennt man woher? Den kennt man. Der hat zum Beispiel den Jackass-Soundtrack We Want Fun gemacht und Party Hard und solche Party-Metal-Tracks halt. Passt dann halt also auch hier echt super rein. Der Film hat einen witzigen kleinen Rekord aufgestellt. Es gibt auch eine YouTube-Plattform, die heißt Dead Meat. Und das ist auch so ein Genre-Fan. Und der macht Kill Counts. Also der zählt in Slasher und Horrorfilm die Kills. Und dieser Film hält da, glaube ich, den Rekord mit 4.295 Kills. Alter. Okay, aber nicht alle on screen. Nein. Von den 4.295 sieht man aber immerhin 45, was schon eine stattliche Quote ist. Aber ich habe ja gesagt, gerade am Anfang in der Montage sind schon locker 20 dabei. Ja, aber gerade für das Budget ist das ordentlich. Das ist schon echt eine gute Sache. Und dann gab es noch eine witzige Szene. Das fand ich auch einen witzigen Funfact. Die haben eine Szene im Wald gedreht. Aber es war wohl schon nicht mehr so, es war nicht so schön draußen, dass man gut im Wald drehen könnte. Und dann haben sie an der Straße Weihnachtsbäume aufgesammelt. Haben die von den Regisseuren bei einem in den Garten gestellt und haben da halt den Wald nachgedreht. Und das ist mir nicht aufgefallen. Okay, krass. Das macht vielleicht auch die VHS-Optik. Also du hast den auch nur so gesehen in dieser VHS-Optik? Genau, ja. Ich habe in der Doku, glaube ich, das war die Doku, bei YouTube gab es irgendwo so ein Vergleichsvideo, wo man sieht links, VHS rechts, wie es dann richtig aussieht in HD. Und ne, es wirkt nicht. Also das braucht man schon. Sollte man sich schon angucken in der Optik. Also die Optik musst du haben, weil dieser Charme kommt da halt wahnsinnig gut rüber. Alleine Slasher 80s, so das ist halt das Ding. Hilft ja auch einigen Effekten, wenn man nicht die HD-Optik hat. Ja, genau. Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ich habe die Effekte jetzt nicht ohne die VHS-Optik gesehen, aber das wird sicherlich helfen. Also man sieht ja schon, ob ein Mensch unter einem T-Shirt steckt oder halt nicht. Aber bei der VHS-Version sieht das alles schon ziemlich gut aus. Und ja, das war ein sehr, sehr spaßiger Film. Wir haben den Freitag geguckt, auch zu zweit, haben uns ein paar Bier reingestellt. Und der hat mal richtig gezündet. Ja, klingt so. Also ich hatte den vorher schon einmal gesehen, relativ nüchtern, ist auch eine gute Formulierung, nüchtern irgendwo auf dem Dienstagnachmittag. Da hat er nicht so gut funktioniert und jetzt nochmal so auch mit sich gemeinsam totlachen. Alleine sitzt man ja selten auf dem Sofa und lacht sich einen ab. Deswegen hat er jetzt nochmal durch die Zweitsichtung so echt gewonnen, weil das ist einfach ein Partyfilm. Sondergleichen. Klingt gut. Ja, wir hatten mega Spaß. Das ist genau das Richtige, was man braucht, wenn man wirklich einen Slasher sehen will, der nicht zu ernst gemeint ist und mit Kumpels zusammensitzt und nebenbei auch mal ein Wort reden möchte. Oder irgendwie sich ein bisschen totlachen möchte. Ja, ja, also klingt ja auch nicht so, als wäre die Handlung hier so komplex, dass man jede Sekunde aufmerksam sein muss. Nein, nein. Man kann zwischendurch schon mal ein bisschen abschalten. Oder was ist abschalten? Aber der ist nicht langatmig. Also der ist sehr, sehr kurzweilig, obwohl der eine Stunde 41 geht, was für ein Slasher eigentlich lang ist. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass am Ende natürlich die ganzen Kickstarter genannt werden. Der Abspann geht schon sechs Minuten, sieben. Also hier, Mogelpackung wie bei den indischen Filmen, ja. Ja, oder Avengers, dann die Abspann ja auch so wahnsinnig lange. Oder die Disney-Real-Filme. Ja, stimmt. Auch irgendwie Laufzeit 90 Minuten, aber nach 60 Minuten ist der Film vorbei. Ja, genau. Jetzt bei den Marvel-Serien auch immer so krass, dann hast du irgendwie eine Folgenlänge von 29 Minuten, aber netto sind das irgendwie 18. Das ist auch immer Wahnsinn. Wobei da machen sie es ja noch ätzenderweise so, dass du dann noch eine Post-Credit-Scene hast. Ja, das auch manchmal stimmt. Ja, das ist Dude Bro Party Massacre 3. Klingt sehr spaßig. Aus 2015, also auch noch gar nicht so alt. Okay. Ich will ihn sehen. Gers, wie sieht's bei dir aus? Ja, also wie du gerade meintest, ich mag zum Beispiel auch keinen gewollten Trash, weißt du? Ich mag zum Beispiel Toxic Avenger, bin ich ja ein riesen Fan von, weil ich finde, dass die total liebevoll mit dieser Figur umgegangen sind, weißt du? Und dass sie den gerne geschrieben haben, aber so dieser Samurai-Cop oder so diese Filme, die halt so massiv auf Trash getrimmt worden sind, die finde ich nicht geil. Ja, Samurai-Cop ist ja wirklich, also der ist ja nicht so getrimmt worden, die konnten es einfach nicht. Achso, nee, den meinte ich gar nicht, genau, den habe ich gar nicht gesehen. Sondern ich meinte, warte mal, welchen hatte ich denn im Kopf? Es gibt halt so Trash-Filmen, die gewollt, halt irgendwie auf Trash gemacht haben, die finde ich halt nicht geil. Samurai-Cop 2 zum Beispiel ist sowas. Da haben sie irgendwie versucht, möglichst viele Pornostars ranzuklarnt. Ja, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen, ich finde, die gehen hier relativ liebevoll mit dem Slasher-Genre um und es ist natürlich absoluter Blödsinn. Wenn der Humor bei einem nicht greift und man für diesen Schwachsinn nichts überhat, weil es ist echt teilweise Blödsinn, so ist Seth Rogen-Niveau teilweise auch. Achso, das ist schon dann unterste Schiene Blödsinn. Nein, aber so in die Richtung halt. Das ist halt ein Typ dabei, der ist biersüchtig und dreht auch vollständig frei, wenn er keins kriegt und ist auch so ein bisschen schizophren unterwegs. Und allein die Szenen... Seth Rogen hier, The Fable Man zum Oscar-Rennen und so. Ja, genau. Und immer noch wird er damit attestiert. Immer noch heißt das... Immer noch Pineapple Express. Das ist das Humorniveau. Ich finde es so schade, dass man die Sachen, die der jetzt da töpfert, nicht nach Deutschland bestellen kann. Würdest du dir was ordern davon? Sofort. Okay. Der macht richtig geiles... Oder möchtest du mit ihm töpfern? Das auch. Ja, ein bisschen Ghost. Nachricht von Seth. Nachricht von Seth ist auch schön. Kannst doch da bestimmt was machen, Photoshop-mäßig, oder Lieder reinretuschieren mit Seth Rogen beim Töpfern, ne? Da geht doch was. Müssen wir sehen. Lebensziele. Das müssen wir sehen jetzt. Ja, schön. Er hat doch auch mit James Franco dieses Kanye-Video verarscht, wo er mit seiner Ische auf dem Motorrad sitzt, auch vor so einem beschissensten Greenscreen. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Dann sitzen die beiden da nackt auf dem Motorrad. Sehr geil. Ja. Ich erinnere mich. Deswegen, ich glaube, ist Seth Rogen wer am Start. Denke auch. Ich glaube, der wäre auch hier am Start gewesen, wenn man ihn gefragt hätte. Klingt so. Klingt das nach... Selbst wenn er nur nach zwei Sekunden abgemetzelt würde. Ja, aber die hatten bestimmt eine Menge Spaß. Die hatten riesen Spaß, ja. Party hard. Und es gibt eine Szene in dem Film, die ist so absurd, weil sich ein Typ schreit halt No und will sich das T-Shirt zerreißen, aber es klappt nicht. Und diese Szene dauert irgendwie zehn Sekunden und er zieht das Wort aber auch so lange durch. Und die hatten halt nur einen Take dafür. Und es war Gott sei Dank so, dass seine Nebendarstellerin ernst bleiben konnte. Das macht die Szene eigentlich auch noch besser, weil die halt daneben steht und ihn völlig ernst anguckt. Geil. Er zerreißt sich über zehn Sekunden sein Shirt. Solche Szenen sind einfach... Ein Take war da nur drin, weil er nur ein T-Shirt hatte. Wahrscheinlich. Das war schon ziemlich hart. Okay. Ja. Wenn ihr keine Fragen habt, käme ich zu den Punkten. Ja, hau raus. Also ich will nichts mehr wissen. Wie sieht es bei euch aus? Für mich ist es fein. Amko? Fein. Gut. Der User-Score bei IMDb 6,0. Metacritic gibt es leider nicht. Rotten Tomatoes Audience ist bei 3,9. 75 Prozent Empfehlung. Die Critics bei Rotten Tomatoes sind, da ist es vorhanden, eine 7,0 mit 92 Prozent Empfehlung. Das finde ich krass. Bei Letterboxd ist er bei einer 3,4. Was auch nicht schlecht ist. Das war ziemlich gut für so einen Film. Ja, klar. Aber die haben natürlich auch dementsprechend nicht viele gesehen. Und die, die den gesehen haben, die gucken den ja aus dem Grund. Das ist ja nichts, wo man irgendwo im Streamer mal drüber stolpert oder so. Wenn du den sehen willst, dann musst du wissen, dass es den gibt und auch wo es den gibt. Weil du kriegst den ja nicht mal eben so. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich meine, du hast ja auch die Statistiken uns offen. Du kommst ja gleich nach Hülya irgendwie, was den Output angeht oder was die Watchlist angeht von deinen Filmen. Wie viele davon sind Rewatches? Also Filme, die du schon kannt hast? So prozentual oder? Auf seiner Watchlist? Nee, allgemein so Filme, die du halt neu guckst, verglichen damit mit Filmen, die du schon mal gesehen hast. Ich würde sagen so 60, 70 Prozent neu. 60, 70 Prozent neu und der Rest ist schon mal gesehen. Könnte ich natürlich bei Letterboxd nachgucken. Nee, nee, jetzt nur so ein bisschen klär über den Daumen, ob das jetzt nur ein ganz kleiner Teil ist. Also ich gucke schon lieber neue Filme erst mal. Ich gucke meistens, wenn ich Rewatches mache, dann irgendwie so sonntags 22 Uhr oder so nochmal als letzten Film irgendeinen, wo ich keinen Bock mehr habe, großartig nachzudenken, zu recherchieren. Dann gibt es nochmal ein Rewatch. Du beschwerst dich wegen meinen Listen, ja? Er macht Rewatches um Sonntag um 22 Uhr. Also Entschuldigung, ich will nichts mehr hören, wenn ich irgendwelche Serien an einem bestimmten Tag gucke. Ja, hallo, er ist auch ein arbeitender Mensch. Ja, aber das ist doch, das fällt ja unter Wochenende, Alter. Das ist doch ein ganz anderes Konzept als bei dir. Du mit deinen Badewannenlisten hier, der führt Listen, welche Filme er in welchem Zustand guckt. Das ist doch kein Zustand, wenn ich in einer Badewanne liege. Natürlich. Das ist immer der gleiche Zustand. Ja, entspannt. Nass. Das wird schießend. Und angezogen. Bis offen. Okay, der muss anfangen. Ich. Ich sag 10. Die Bewertung, wo du betrunken warst? Oder die Lüchterne? Die Angeheiterte. Okay. Ich sag 9,5. Ich kann danach gerne sagen, wie die vorher war. Also Amco, das musst du mir nachher mal erklären, wie du jetzt hier einen halben Punkt runter bist. Ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Weil ich schwanke zwischen 9 und 10. Und wenn Amco die 9,5 wählt, dann ist das so ein diplomatisches Zwischending. Also insofern ist das schon ein ganz smarter Move, weil ich tendiere mehr zu 9. Kann mich damit aber wieder in die Nesseln setzen. Also notiere ich 9? Nee, ich sag nur 10. Komm, ich schau's drauf. The guess. Du Pussy. Ja, ist auch korrekt. Natürlich ist das korrekt. Natürlich ist das korrekt. Ihr seid solche Fotzen. Wenn ich nicht vorgelegt hätte, hättet ihr euch so hart in die Nesseln gesetzt. Nein, ich würde die Begründung nur spannend machen. Vorher war es eine 8,5. Okay. Siehst du? Von 8,5 auf eine 10. Ja, aber also nach der Rezension hätte ich alles andere sehr überraschend gefunden. Ja, das ist immer die Frage, wie man Filme bewertet. Bei mir ist es halt so, wenn ich so einen super krassen Spaßfilm habe, dann wird der trotzdem nicht, glaube ich, beinahe 10 sein. Bei Dennis ist der halt so und bei dir auch. Bei dir ist das automatisch eine 10. Bei mir ist es so. Ja, eben. Ja, der ist schon in seinem Genre, was er bedient, schon echt topnotch. Also, wenn ich währenddessen so einen Spaß habe, warum sollte ich dem Film keine 10 Punkte geben? Ich weiß nicht. Bei mir ist das, ich mache das auch so ein bisschen nach Genre teilweise. Also, ich habe auch, ich nehme mal American Pie 1 zum Beispiel, weil der ist für mich in dem Genre College-Komödie das Beste, was es gibt. Das ist bei mir ein 10-Punkte-Film. Das Beste gleich. Ja. Ja gut, wenn du es nach Genre unterteilst, kann ich es verstehen. Du darfst das nicht mit The Godfather vergleichen. Nee, eben, genau. Ich gucke mir das halt an und der Film jetzt hier ist so das Beste, was du in Fun-Party-Slasher-Bereich für mich so bekommst, wenn du richtig blödsinnigen Slasher sehen willst. Cool. Ja, da kommen wir jetzt zum Feinsten, was das serbische Kino so zu bieten hat. Ja. Das Feinste. Naja, es gibt da ja noch einen zweiten im gleichen Atemzug, ne? Ja, ja, die werden auch gerne verglichen. Bei dem ich mir geschworen habe, den niemals zu gucken, aber jetzt weiß ich ihn nicht mehr. Ich habe ihn gesehen. Ich habe einen direkten Vergleich. Aber erstmal machen wir Atombom glücklich, den nächsten Supporter. Also schönen Gruß nach Österreich. Ich finde es immer erstaunlich, wie man die geografische Nähe auch zu den Balkanen sieht, weil ich war ja in Wien gewesen und in jedem Supermarkt haben die ja so ein Regal mit so Jugo-Lebensmitteln. Da findest du dann so hier diese Smoky-Erdnuss-Flips und Euro-Creme und so ist da drin und keine Ahnung und so eine Sache. Was zur Hölle ist Euro-Creme? Das ist unsere Nutella. Das ist die, das ist, die ist mega. Die ist mega, ohne Scheiß, die ist echt mega. Ja, aber entschuldige, mit dem Namen klingt es halt auch irgendwie universell einsetzbar. Also ich finde Euro-Creme, Alter. Du meinst Euro-Creme hätte auch so Medizin sein können. Ja, auf jeden Fall. Oder sonst was für ein Gleitmittel. Das ist ein Rot-Ausstrich. Aber die müsste schon mindestens aus den 70ern irgendwo sein, oder? Ja, die ist mega alt. Als ich klein war, gab es die auch viel. Ja, genau. Das ist schon. So, die Hälfte ist halt Karamell und die andere Hälfte ist Schokolade. Boah, geil. Super cool. Das klingt gut. Ja, das ist geiles Zeug. Und dann haben die so Regale mit so Jugo-Zeug. Entschuldige, ich find Euro-Creme klingt einfach so. Hey, du musst Euro-Ausstrich. Und dann denkst du nicht Creme wie hier, sondern mit K. Natürlich. Also Euro. Euro-Creme. Euro, ja. Ja, da wird ja alles, in Jugo wird ja alles so geschrieben, wie es auch ausgesprochen wird. Deswegen ist es relativ leicht, so Namen auszusprechen, weil wenn da steht Michael Jackson, dann steht da M-A-J-K-L. Sodass man weiß, okay, es heißt Michael, weil es ja nicht so, wie er in Wirklichkeit geschrieben wird. Naja, außer dann halt mit den Akzenten oder was es da noch so gibt. Das verändert ja die Leute schon ein bisschen. Ja, aber die haben ja so, es gibt ja so Buchstaben. Es gibt ja zum Beispiel J. Das ist dieses D mit diesem Strich in der Mitte. Und wenn da jetzt steht George, dann fängt er mit diesem D an, mit dem Strich. Also, ist eigentlich ganz einfach. English, dude. English. Ja, English. George. Alter. George. Ja. Ja gut, aber gibt es ja hier im Osten auch, ne? Hier im Osten. Weil wir auch mitten in der DDR sind. Naja, du sagst immer Westdeutschland und so. Aber ich habe original mal einen Justin kennengelernt, der DSCH geschrieben wurde. DSCH? Alter, das ist peinlich. Ja, da. Aber George mit D wäre auch komisch. Ja, das wäre auch komisch, ja. Ha. Was? Duh. Duh. Okay. Ach. Siehste? Bingo. Das Homer, Duh. Ja, läuft. Wie hast du es geschrieben? D-U-H oder was? Mit sehr vielen U's. Geil. Duh. Duh. Das ist klar, das Lied. Ich dachte, ursprünglich dachte ich ja, wir müssen raten, zu wem das gehört. Weißt du? Also ich dachte, als ich erstmal nur gelesen habe, was da draufsteht, dachte ich so, okay, und wir müssen jetzt rausfinden, was davon sind so Floskeln von Lee und was davon sind Floskeln von mir. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Das kann ich ja noch mit den verbleibenden Karten nachher noch mit euch machen. Ja. Ja, hallo, das Spiel spielen wir nachher natürlich nochmal. Ja, ja, das machen wir nochmal. Wir haben ja noch eine Support-Episode, stimmt. Mhm. Aber ich... Habe ich schon wieder das nächste rausgehauen? Nein. Nein, nein. Jetzt werde ich schon nervös, wenn hier Kassen sortiert werden. Ich werde dagegen, dass irgendeiner alle aufdeckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut. Leg dich ins Zeug. Schwer auf jeden Fall, ja. Wir werden sehen. Jetzt haben wir noch einen Film. Leben und Tod einer Porno-Bande heißt der. Und ist aus dem Jahr 2008. Und war für uns alle eine Erstsichtung. Sehe ich richtig. Jo. Jo. Cool. Ja, also wer sich den Film ein zweites Mal anguckt. Der ist ein Film-Konnoisseur. Der ist mutig. Ja. Willst du den Original-Titel noch raushauen? Willst du es mal machen? Ich habe es vergessen. Jivot iswrit Porno-Bande. Hier. Heißt der Original. Das finde ich halt auch so geil an eurer Sprache, dass ihr einfach auf Vokale verzichten könnt. Dass es Worte mit vier Konsonanten gibt. Ja, tatsächlich. Dass es kein Problem ist. Das ist ein wenig Sprache. Wir brauchen sowas nicht. Ja, ne? Diesen Luxus. Ganz einfach. Das Schnickschnack. Wer braucht das schon? Grk. Diese Insel in Kroatien. Ja, das ist halt so das typische Kreuzwort-Rätsel-Ding. Einfach 2K und kein einziger Vokal drin. Das ist schon witzig. Ja. Ja, war eine Erstsichtung. Ach stimmt, jetzt müssen wir mal Punkte raten. Jetzt müssen wir mal Punkte raten erstmal. Stimmt. Das wird lustig, Alter. Das wird nochmal jeden richtig in die Kacke hauen. Gess, willst du anfangen? Okay, von mir aus. Komm, ich fange bei Dennis an. Der ist immer am besoffensten von allen. Insofern traue ich dem die meisten Punkte zu. Ja. 6. Da ist schon wieder dieses Lachen, was ich sonst immer von dir höre. Nee, ich fand's halt so geil. Dem traue ich die meisten Punkte zu. Und wenn das 6 sind, dann geht's jetzt gleich Hardback ab. Das geht bergab. Amko. Das ist so ins Blaue ran. 3. Und Lee. 2,5. Mhm. Mhm, mhm. Soll ich weitermachen? Mach mal. Also. Da ist mal ein interessantes Rat. Amko ist wirklich für mich dahingehend quasi gar nicht einzuschätzen. Also super schwer bei dem Film. Ja, ich sag 2. Und Boah, guess, alter, alter, das ist hier echt tricky. Warte mal, ich ändere das um. Ich sag Amko 3. Und guess, weil so dieses Ding mit dem Patriotismus, der hier unter Umständen mit reinspielt, das kann man halt nicht komplett außen vor lassen, finde ich. Hältst du mich nicht für neutral genug? Dahingehend nicht wirklich, ne? Achso. Es könnte aber auch umgekehrt sein, weil das ja nicht unbedingt eine Werbung für das Land ist, so. Ja, wer weiß. Ja, und ich meine, also es ist ja hier, es geht ja um Serbien. Und das ist nun mal für dich Home-Turf. So, deswegen, ich sag 5. Ne, 4,5. So, geil, jetzt hier 2 Momentschieden. Und bei Dennis sag ich... 6. Ist auch geil, ne? Weil unser Bild von Dennis, dass wir glauben, dass er diesem Film so richtig was abgewinnen konnte. Naja, wenn Dennis erzählt, dass er Dienstag um 15 Uhr halt schon voll ist, das ist auch klar, dass man dann eine bestimmte Schublade schickt. So, jetzt ihr beiden, wer will. Äh, ich schätze bei Guess ist es auch eine 4. Äh, Lee wird das eine 3,5. Dennis, finde ich auch eine 3,5. Mhm. Ja. Okay. Äh, ich sage Guess ist bei 5,5. Mhm. Lee ist bei 3,5. Ja, guck mal, was machen wir mit dir? Ich sage eine 4. Mhm. Ich bin mal mutig. Okay, aber es klingt so... Also ist ja hier alles im unteren Bereich, oder zumindest die beiden Tipps für Dennis. Mhm. Scheint jetzt nicht so richtig geil angekommen zu sein, wie wir den anderen einschätzen. Ja. Oder Plot Twist. Ja, eben, ist bei dem Film, glaube ich, wirklich spannend. Ja. 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 Gers, ich finde, es bietet sich an, dass du erzählst, was hier geht. Na gut. Ja. Oder? Also erstmal für Regie und Drehbuch, äh, hat sich ein Herr verantwortlich gemacht, nämlich der Ersten Laden, Georgiewicz. Der war für diese beiden Sachen zuständig. Und, äh, im Zentrum steht primär ein Typ, der davon träumt, Karriere zu machen. In der Filmborosche. Kann man an der Stelle erwähnen. Und wir begleiten das Ganze so ein bisschen als sein Videotagebuch, weil da wird schon gezeigt, wie er irgendwie mit seiner Family am Tisch sitzt und wie er davon träumt, irgendwie da, äh, durchzustarten. Aber es klappt nicht so richtig. Also steigt er so ein bisschen ins Sex-Business ein und, ähm, sucht sich dann in Belgrad, glaube ich, in Belgrad fängt es an, oder? Mhm. Ja. Und sucht sich dann in Belgrad so ein, ähm, naja, so ein paar Leute zusammen, mit denen halt so irgendwie so eine, so eine Erotik-Show auf die, auf die Bühne bringen will. Und diese Erotik-Show, dazu muss man sagen, dass er sich auch verschuldet hat, bei, äh, bei zwei Typen, die so ein bisschen, äh, shady sind und, äh, Brüder, der eine ist bei der Polizei sogar. Und, ähm, deswegen will er auch da flüchten mit seinen Leuten und bringt dann diese Erotik-Show, die er da auf die Bühne gebracht hat, will er dann landesweit promoten und zieht mit denen so ein bisschen wie so ein Tourbus, packt die da alle ein und, äh, rekrutiert die und fährt mit denen quer durch die Landen, um da diese provokante Show da zu präsentieren. Tingeln dann so ein bisschen durch die Dörfer und da sind halt auch wirklich, also die Leute, die in dieser Show mit drin sind, ist halt schon so wirklich, äh, also so der Rand der Existenz. Da ist halt, da sind halt, da ist halt ein Aids-Kranker dabei, da ist halt so ein Pärchen dabei, was komplett auf Heroin ist und die, äh, die ganze Zeit irgendwie auf Droge drauf sind und, äh, da ist eine Schauspielerin bei, die es halt auch nicht geschafft hat, irgendwie, äh, den großen Durchbruch zu machen, die hat er von der Theaterbühne irgendwie geholt. Mit der fängt dann natürlich dann auch was an. Also es sind schon alles sehr, sehr verlorene Existenzen, die da unterwegs sind. Und dann ziehen die durch sehr konservative, äh, Dörfer quer durch den Balkan und führen ihre Shows auf. Und die Leute sind teilweise angeekelt, teilweise entsetzt, teilweise lachen die sich da tot, aber in erster Linie ist das so ein bisschen affront gegen die, äh, gegen das konservative Landleben. Ähm, bis bei einer von den Shows, weil die müssen dann auch immer wieder flüchten, weil die Polizei oder der Bürgermeister da, äh, die vertreiben will und sagt so, das geht ja nicht und das ist hier, äh, Teufelzeug und, äh, ihr müsst hier auf jeden Fall verschwinden, sonst geht's euch bald schlecht. Und, ähm, einem, der im Publikum saß, gefällt das ganz gut. Das ist nämlich so ein älterer Herr und der sieht hier seine Chance gekommen, weil der sagt so, ich find's ganz gut, dass ihr so ein bisschen Grenzen überschreitet und dass ihr, äh, äh, dass ihr, äh, eben auch mal mutig seid so mit dem, was ihr macht und so und ich bin super beeindruckt, aber vielleicht wollen wir das Ganze auf ein neues Level bringen und ich kann euch vielleicht mal, ähm, Gelder irgendwie vor die Nase halten, die ihr so in der Form noch nicht gesehen habt, aber dafür müsst ihr auch was tun. Und hier geht's in den Nachfilmbereich, weil das heißt, dass er nämlich Leute besorgt, die sich vor der Kamera umbringen wollen, die müssen das Ganze filmen, können nach wie vor ihre Shows durchziehen mit einem drüber dran, aber das halt so ein Nebenverdienst, womit die ihre ganzen Geschichten finanzieren können, womit die ihren Essen bezahlen können und irgendwie so über die Runden kommen. Und, ähm, das dauert zwar ein bisschen, aber die lassen sich dann irgendwann auf diesen Deal ein und dann besorgt der Leute, die, äh, des Lebens überdrüssig sind, Leute, die für ihre Familie sorgen wollen und, äh, oder was auch immer, also die freiwillig sich da umbringen wollen vor laufender Kamera und der bezahlt dafür diesen, diesen Filmemacher und seine Crew für diese Geschichten und das eskaliert das Ganze, eskaliert da ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier erzählen sollte, aber das ist, glaube ich, erstmal die Rahmenhandlung. Jo. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder diese Sorte Film, wo man wenig spoilern kann, oder? Ja. Weil ja schon eher das, was du siehst und wie es, wie explizit das gezeigt wird, so ein bisschen den Film ausmacht, glaube ich. Naja, und der Titel ist halt wirklich wörtlich zu nehmen. Also das ist, die werden nicht alle diese Fahrt überleben, so viel kann ich verraten. Das ist wirklich Leben und Tod einer Pornobande, ist halt auch die Handlung. Das finde ich ein bisschen unglücklich gewählt. Ja. Dass der Titel da gleich erzählt, wie die Nummer ausgeht. Weiß nicht. Ja. Das ist halt ein Problem, weil ihr könnt euch ja Klopka angucken, so ein Thriller, der in Serbien gedreht worden ist, der mega ist. Mit einem Schauspieler hier, Nebojšak-Logovac, der übrigens auch schon mittlerweile verstorben ist, super krasse Charakterdarsteller. Oder hier Montevideo, dieser Fußballfilm, weißt du, der darum handelt, dass Jugoslawien damals irgendwie bei der WM teilgenommen hat und dann irgendwie in Südamerika da irgendwie gegen diese anderen Teams gespielt hat. Das sind alles super Filme, aber das sind Filme, die sich das internationale Publikum halt nicht anguckt. Ja. Sondern die gucken sich halt die Filme an, wo es heißt, hier ist was krasses. Ja. Das sind wahrscheinlich, also zumindest die Leute, die auf Letterboxd unterwegs sind, die gucken die vielleicht nicht. Ich glaube, so im Arthouse-Bereich gibt's schon, also hat man auf jeden Fall einen anderen Blickwinkel auf Serbien als jetzt über diese beiden Filme. Ja, aber wenn du dir so Revish anguckst, dann heißt es so, Alter, was mit den Serben Ja, jetzt bei Letterboxd. Ja, was sind das für Leute, wo ich dann denke, was ist mit euch los? Was soll ich dir sagen? Guck dich noch andere Filme an. Ja, das heißt, natürlich ist das Bullshit. Also du kannst natürlich nicht die Filme, also über diese Filme das Land darauf reduzieren. Ja. Wir hatten ja neulich diesen Film, wie hieß er, wo es um, der hatte dieses ganze Homophobie-Thema. Ach, Parade. Parade war das. Und das war doch auch ein serbischer Film. Das war auch ein serbischer Film, genau. Das geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Wobei, ich finde, inhaltlich gibt's da Überschneidungen, weil ich finde, hier ist das mitunter auch immer wieder ein Thema im Film, wie halt so die, sagen wir jetzt mal, die normale Bevölkerung mit dieser sexuell-offensiven Art umgeht und dass da eben auch gerade Homophobie immer wieder ein Riesenthema ist. Ja, das ist aber noch sehr hinterher, also da sind wir uns einig. Genau, dass das halt alles echt weit entfernt von fortschrittlich ist. Und das finde ich aber, wie es dargestellt wird, finde ich einerseits sogar subtil und andererseits auch wirklich clever, weil das immer wieder in den Kontext gerückt wird mit der Geschichte des Landes. Und das, also ich glaube, ich diene hier für den Plottwist, dass ich diesem Film echt einiges abgewinnen konnte. Alter. Weil ich finde das stellenweise wirklich clever, wie der das macht, dass das Trauma, was am ganzen Land hängt, aber eben auch an den Individuen, wie das hier immer bedient wird. Also am Anfang vielleicht so ein bisschen platt durch seinen Versuch irgendwie ein Porno zu drehen, der eben auch die Geschichte des Landes so ein bisschen mit reinbringt und da noch so historisch artsy aufgezogen ist. Aber das spielt im späteren Kontext auch immer wieder eine Rolle, wie unterschiedlich die Leute mit diesen Traumata des Krieges umgehen. Zum einen findet es ja zum Teil parallel statt und dann ist aber eben im weiteren Verlauf spielt es immer wieder eine Rolle, was das mit den Leuten gemacht hat. Und wie die damit umgegangen sind. Und das finde ich, das über so eine extreme Art zu erzählen, fast schon genial. Also das finde ich sowieso das Krasseste an dem Film, Alter. Weil ich habe mir auch so ein paar Sachen auf Letterboxd durchgelesen und dachte, okay, manche Leute flippen natürlich völlig aus, weil sie das halt total grausam und ekelhaft finden und so weiter und unter Strich dann halt als Schrott bezeichnen. Und ich bin mir sicher, wenn hier Lars von Trier draufstehen würde und Willem Dafoe die Hauptrolle gespielt hätte, würden das alle als Meisterwerk feiern, Alter. Glaubst du? Ja, dann hätte es natürlich auch eine andere Optik und so weiter, weil das ist halt auch das, was ich so schade finde an dem Film. Ey, wenn die mehr Geld zur Verfügung gehabt hätten und dann so eine Geschichte auch so explizit erzählen, aber das in einer geilen Optik, geil aufgelöst, geil ausgeleuchtet und einfach qualitativ wertiger, dann wäre das ein richtig krasser Film. Also das, was du dem Film abgewinnen kannst, das sehe ich auch drin, nämlich die Story und die Handlung, nämlich diese Erotikshow, durch die Länder zu ziehen und die dann zu konfrontieren mit diesem rückständigen Volk und den Ansichten von denen und dieses Konservative. Das ist eine super Grundstory, um damit einen Film zu machen. Das Problem ist bloß die Inszenierung des Films und wie die es umgesetzt haben, weil der Film ist für mich Triggerwarnung The Movie. Für mich war das gar nicht so problematisch. Ja, aber für mich haben die alles an Shock Value reingepackt, was irgendwie geht. Anpissen, Sodomie, Schwule, Aids, Heroin, Drogen, alles was du so als Triggerwarnung irgendwie von einem Film packen würdest, haben die in einen Film gequetscht und das ist für mich so, das ist für mich einfach nur provokant. Das hat für mich nichts, also die Inszenierung ist für mich einfach nur billig. Das ist für mich... Ja, es ist billig, weil es aber eben auch kein Budget gab, sehr offensichtlich. Das siehst du ja. Das hat ja alles fast schon so eine Mini-DV-Optik und das ist wirklich nicht... Das hat ja keinen Production-Value. Aber nicht die Optik ist billig. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Sondern ich finde es billig, auf diesem Niveau zu provozieren, anstatt die Story in den Vordergrund zu drücken. Ich finde, das wird halt über die Motivation der Hauptfigur ganz geil erzählt, weil seine Motivation, überhaupt Normen zu brechen und aus diesen Strukturen auszubrechen, das wird ja auch alles über den Krieg erzählt. Also vor allem erst seine Bereitschaft, dann da noch weiterzugehen und so. Da gibt es ja... Das ist ja tatsächlich dramaturgisch begründet. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass dieses Schocken hier so im Vordergrund steht, weil ich behaupte, dass da so das, was sich zwischen den Zeilen abspielt, tatsächlich sehr clever ist. Lassen wir mal unsere Gäste zu Wort kommen. Würde ich mit Lars von Trier, würde ich tatsächlich auch so ein bisschen unterschreiben, wenn das da drauf stünde. Wie hat Lee in der letzten Episode gesagt? Wenn Lars von Trier ein Land wäre, dann wäre es Serbien. Das hat er gesagt, glaube ich. Ja, weil in seinem Meisterwerk sind ja auch Genitalien zu sehen. Und das war ja genauso eine Provokation, hätte man auch weglassen können. Von welchem Meisterwerk sprichst du jetzt? Das, was du so liebst. Wirklich? Okay. Das ist für dich ein Meisterwerk? Ja, aber das würde auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass wenn jetzt Leute die Antichrist in dem Ausmaß feiern. Ach komm, du Sack, Alter. Das ist aber, was ein Setup. Okay. Was war das Triggerwort? Na, Antichrist. Achso. Das war jetzt ein Bingo-Wort. Okay. Na gut. Das meine ich ja jetzt provoziert. Ja, total. Das hätte ich auch mal können. Ja, na gut. Naja, aber er ist eben selber auf Lars von Trier gekommen. Ich musste nochmal hingehen. Aber das stimmt. Aber ich glaube trotzdem eben in der Wirkung ist es das Gleiche. Weißt du, der schockt halt einfach. Und dann gibt es Leute, die es genial finden. Und dann gibt es Leute, die es einfach nur scheiße finden. Und hier sind natürlich mehr von der Fraktion, die es scheiße finden, weil es halt nicht so geil gemacht ist wie bei Lars von Trier. Nee, nee. Nee, nee. Nicht deswegen. Sondern anders. Wenn Lars von Trier bei Antichrist, wenn er die beiden Hauptdarsteller noch mit Heroinsucht und Schwangerschaftsabbruch und Aids und so mit allem vollgestopft hat, was irgendwie triggern könnte irgendjemanden, dann würde ich das unterschreiben. Das ist einfach zu viel davon. Also so einzelne Elemente daraus könnte man nehmen. Aber der hat wirklich alles hier reingepackt, was irgendwie schocken könnte. Und das finde ich halt Bingo. Naja, aber guck mal, sowas wie Drogen, sowas wie eine Drogensucht und die Dinge, die aus beschissenen Umständen entstehen, das ist ja hier auch Teil von dem Kontext. Ja, und ich finde, wenn du... Das ist ja nicht, ich finde, das ist nicht so mit der Brechstange da reingeballert, weißt du, sondern... Findest du? Naja, dass der da, wo er Leute aufgabelt, weil guck mal, durch was für ätzende Dörfer die fahren, da ist einfach alles zerschossen und da ist zum Teil nichts mehr. Die leben im ärmlichsten und beschissensten Verhältnis und wenn er da eigentlich Leute aufgabelt, dass damit unter Drogensüchtige dabei sind oder eben auch in den Großstädten und so, dass Leute, die halt nicht mehr viel vom Leben haben, so, dass die dann unter Umständen abgefuckt sind, das finde ich völlig... Also erklärt sich mir. Manche Dinge bedingen sich ja auch so ein bisschen. Also gerade der, der Aids hat, wenn er ein schwulen Pornodarsteller ist in der Zeit, ist das vielleicht nicht so ungewöhnlich gewesen. Oder wie eines ihrer Snuff-Opfer, der ja auch sagt, so ey, ich... Habe halt einfach Aids durch das und das, weil ich... Hat er das durch irgendwelche Blutkonserven bekommen oder weiß ich nicht? Der war Soldat und alles möglichst Beschissene passiert und das Ende vom Miet ist, ja, er hat gar nichts mehr. Und deswegen ist das jetzt eine legitime Option. Ja klar, um seine Familie zu unterstützen. Ja, und eben, das finde ich, das ist halt für mich immer irgendwie... Klar, schockt's und es soll schocken, aber ich finde, das ergibt sich aus dem Kontext. Siehst du ähnlich? Ja, ich bin nah bei Lee, aber ich kann dich auch verstehen, das ist mir auch ein bisschen zu viel gewesen. Ich habe den Film auch jetzt insgesamt zweimal gesehen. Ich habe ihn erst mal abgebrochen, wirklich, weil mir das einfach zu spät war und ich musste morgen an einem Tag richtig ein großes Projekt machen. Ich habe gesagt, komm, ich habe dann da abgebrochen und dann einen anderen Film geschaut. So viel zu dem Projekt. So viel zu spät. Das war nicht die Begründung. Es ging halt einfach nicht mehr. Ich habe gesagt, nee, da muss ich mich mit mehr Konzentrationen dran setzen. Dann musst du Budi-Call wieder ran, ja. Nee, ich habe dann den, den wir noch vor besprechen, das war das Ding, erst mal geguckt. Und ich war beim ersten Mal, das war mir zu much, und beim zweiten Mal, wo ich, wie gesagt, mehr Zeit und mehr Konzentration hatte, ist mir genau das aufgefallen, was Lee auch gemeint hat, dass quasi das Schocken, ja, da ist, aber diese, besonders diese Nachkrieg, beziehungsweise die Kriegszeit, die Storys daraus, die daraus erzählt worden sind, dass man da was abgewinnen konnte, ähnlich wie es Lee gerade gesagt hat. Und, aber ja, es ist mir auch ein bisschen too much. Ja, der haut voll auf die Kacke damit. Zwei, drei Elemente weniger, also das mit dem Pferdeschwanz zum Beispiel, das hätte ich jetzt vielleicht irgendwie rausgelassen. Wir sprechen nicht von der Frisur der Hauptdarstellerin. Nein. Nee, leider nicht. So, sowas heißt, aber, ja, aber ich verstehe dich vollkommen, dass du da sagst, das war mir ja zu much. Das ist einfach ein abartiger Film, und der ist halt, von der Grundprämisse, wie gesagt, abartig, sagt er. Ja, ja, aber, also ich war auch zwei, drei Mal, war ich drauf und dran, den auszumachen, und ich mache Filme normalerweise nie aus, ich gucke die immer zu Ende, aber das ist so, keine Ahnung, erst fickt er das Erdloch, da dachte ich schon so, warum soll ich, was für ein Scheiß ist das denn? Und dann siehst du einen Pferdeschwanz in Großaufnahme, und dann denkst du, okay, wie hilft das jetzt im Film so, wie bringt das jetzt die Handlung voran? Das ist einfach nur so in your face, hier noch ein Schocker. Nee, also ich finde tatsächlich, das hilft dem Film. Guck mal, über die Figur Franz wird sogar erzählt, hey, wir finden für alles was, worauf sich die Leute einen runterholen wollen. Film das und das, und dann mach das noch so, es kann gar nicht absurd genug werden, so wir finden für alles einen Abnehmer. Aber das ist ja die Definition für den Film, das alles zu zeigen. Nein, aber es ist ja auch ein Ergebnis von dem, was die Handlung uns erzählen möchte, weißt du, dass die Menschen halt hart abgefuckt sind, und das hat natürlich auch mit dem, was sich im Land abgespielt hat, zu tun. Geswin fand's abartig, okay. Ja, definitiv. Oh ja, dann bin ich, glaube ich, noch ein bisschen hoch. Dummer Film einfach. Dummer Film, ja. Ich hab da eher ein anderes Problem mit dem Film. Mir ist der, also die, klar handelt der krasse Themen ab und packt die auch so wenig zusammen, hängt teilweise irgendwie hintereinander, wirkt zumindest manchmal so. Mir ist der zu lang, weil der braucht das nicht, dass das so... Man hätte zwei, drei Episödchen da rausnehmen können, man muss es nicht immer noch krasser, noch krasser, noch krasser machen. Man hätte da ein, zwei Sachen einfach weglassen können, so alleine das Intro der Show habe ich, glaube ich, viermal gesehen in dem Film oder so, also irgendwann ist es dann auch mal gut gewesen. Aber ansonsten mit den Themen und wie das abgehandelt wird und wie das gezeigt wird, fand ich schon gut. Also ich fand auch die Machart stark und die Schockszenen habe ich nicht kommen sehen, weil ich von dem Film auch nichts wusste. Aber alleine wie dreckig das Ganze ist, dagegen ist der goldene Handschuh ja frisch durchgewischt. Also das ist schon hart. Ist auch ein Film, den man sicherlich kein zweites Mal guckt, aber den einmal gesehen zu haben, fand ich jetzt schon nicht schlecht. Ich finde tatsächlich den Serbian Movie so provokant, wie der wieder sein mag und der war auch an einem bestimmten Punkt einfach nur lächerlich, weil der zu viel gemacht hat von diesen hier schaut, wie skandalös ich bin, weißt du. Und der hat das auch komplett übertrieben ab einer bestimmten Stelle, aber der hatte zumindest sowas wie eine Handlung. Der hatte einen Story-Verlauf, der ich folgen konnte, wo ich gesagt habe, okay, das ist zumindest eine Story und es kam mir nicht so vor, als wenn das, also die Inszenierung war da auch komplett drüber, sodass ich dann irgendwann das einfach nur so lächerlich fand und dass ich dann irgendwie lachen musste während des Films. Aber hier war es einfach so, dass ich denke, nee, das ist einfach bescheuert. Das ist einfach blöd. Also es hat überhaupt keinen, es hat überhaupt keine Story. Wenn das anders inszeniert worden wäre, dann wäre das okay. Ja, aber das ist natürlich der Genickbruch für so einen Film. Wenn du das, was hier an schrecklichen Dingen gezeigt wird, nur als Schock-Value erkennst, dann wird das natürlich spätestens nach dem vierten Mal irgendwie nervig, weil es dann sich nur noch so anfühlt, als würden die halt schocken wollen. Aber ich bilde mir ein, da ist mehr dahinter. Okay. Also bei mir kommt das so vor, als wenn ich beim Arzt sitze und der hält dir irgendwelche Kriegsopfer vor und dann hier, keine Ahnung, ein Heroin-Junkie, der tot in einer Bahnhofstoilette sitzt und dann ein Pferdepenis und so. Hält dir immer die ganzen Bilder vor. Ja, schade. Du guckst dir das an und denk dann so. Ich glaube, da ist hier echt was entgangen. Also ich finde, man hätte den, also ich fand den Hauptdarsteller jetzt halt nur überschaubar charismatisch. Ich finde, da wäre mehr drin gewesen. Aber jetzt auch da wieder mit so einem Budget und der Machart, da kannst du jetzt natürlich nicht großes Hollywood erwarten. Aber das wäre wirklich die Sorte Film. Es wird nie passieren. Klar, weil es dafür einfach nicht das Publikum gibt. Aber jetzt stell dir mal vor, der Film hätte 20 Millionen gekostet. Was das für ein abgefahrener Film wäre. Ja, vielleicht auch Filme, das kostet ja auch nochmal. Das ist ein Stoff, weiß ich nicht. Vielleicht noch einen erfahrenen Cutter ran, der da noch ein bisschen Ballast abschneidet. Ja. Alle ran hier holen. Die kennen es hier nach Kamera und so. Ja. Ja, weil eben so bei Look und Schauspiel und so, da wäre natürlich echt mehr drin gewesen. Ist bei euch auch so Spannung aufgekommen? Ich glaube, nach der zweiten, dritten Schockszene war ich irgendwann, okay, was passiert als Nächstes? Was wollen die jetzt noch rausbringen? War das so bei mir so. Ja, du wirst dann irgendwann abgehärtet. Wie gesagt, wenn du das die ganze Zeit irgendwie hast, dann sind das keine Akzente mehr, sondern dann denkst du irgendwann so, okay, ja, gut. Naja, aber ist dir nicht aufgefallen, dass sich auch die Protagonisten, also diese Kerntruppe, die dem immer wieder ausgesetzt ist, dass die ihre Haltung zu dem Thema ja auch mit den Ereignissen verändert? Zum Teil, ja. Ja, eben, und das ist ja, es geht ja eher um die Bögen von denen. Und wenn wir jetzt mal bei dem wörtlichen Titel sind, fandst du das nicht auch sehr konstruiert? Also zu wie viel fand ihr los, zu acht Leuten, neun Leuten? Dass die dann der Reihe nach wegsterben? Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, wie viele wegsterben, aber... Habe ich auch nicht gesagt. Klar. Naja, wie gesagt, der Titel gibt es ja schon vor euch. Was soll einen da groß überraschen? Ist das glaubwürdig? Also egal, was für verlorene Existenzen das sind? Nee, aber ich glaube, auch wenn der Film einen dokumentarischen Look hat, hat der nicht den Anspruch, echt zu wirken. Ich glaube, das wollte er. Er wollte, glaube ich, echt wirken. Nee, ich glaube, das... Wie gesagt, ich glaube, da ist ganz viel, ist so ein bisschen als fast schon parabel zu verstehen oder so, weißt du, weil das eher um diese Kriegstraumata und die Verarbeitung dessen geht. Und halt eben, was es aus dem Land und den Leuten gemacht hat. Weil das finde ich ja, das wird halt so geil deutlich in dieser Szene im Wald. Und ich meine, was ist das für eine Miliztruppe, die sie dann da hochnimmt und plötzlich halt mit Waffen vor ihnen steht. Und die sie im Endeffekt dafür verurteilen, für das, was sie da machen. Und da spielt Homophobie halt auch wieder stark mit rein. Aber dann das selber machen, ja. Aber dann kommen sie quasi genau dahingehend zum Zug. Und das ist halt so herrlich paradox, aber zeigt eben auch eine Menge, finde ich. Ja, fand ich auch sehr plakativ. Aber gut. Weiß nicht, ich fand ja, also gut, der Film will auch nicht subtil sein, aber... Aber wie kannst du das denn plakativ gefunden haben, wenn du die Handlung dahinter nicht erkannt hast? Ich hab die Handlung schon erkannt. Ich fand die Inszenierung nur daneben. Die Handlung ist das Einzige, wo ich den Film hervorheben würde. Das war zu mich richtig verstanden. Nee, du hast doch vorhin gerade noch gesagt, das Serbian Movie hat zumindest eine Handlung. Ja, die Inszenierung. Ich meine die Inszenierung hier von diesem Film, dass die... Die ist halt mein großer Kritikpunkt. Ich meinte, dass man aus der Story hätte viel mehr machen können. Weißt du, diese Grundstory, die finde ich okay. Ja, okay. Also das Drehbuch ist dein Problem. Das Drehbuch, die Geschichte, die Umsetzung, würde ich sagen. Das Grundgerüst ist okay. Diese Truppe, die dann loszieht und so weiter mit diesem... Ich bin völlig verwirrt. Für mich ist das Grundgerüst so das Drehbuch. Ja, dann ist das Drehbuch halt der Fehler. Aber das Drehbuch hat ja nichts damit zu tun, wie ein Film inszeniert wird oder wie die Schauspieler spielen. Oder was man jetzt zeigen muss und was man nicht zeigen muss. Das ist ja nicht das Drehbuch. Ja, normal verschieden. Na gut, das steht im Drehbuch halt, zeig einen Pferdeschwanz. So was erinnert, ja. Ohne den Pferdeschwanz hätte ich die Story trotzdem vielleicht gut gefunden. Verstehst du? Der Pferdeschwanz war zu viel, ja. Der hat den Ausschlag gegeben. Nichts gut, nichts gut. Naja, die Prämisse ist halt gut. Und wie man die Grundpfeiler der Handlung, glaube ich, macht. Aber man hätte vielleicht nicht alle Zwischenstationen so zeigen müssen oder gebraucht. Das ist einfach zu viel. Ich glaube, um das zu erzählen, was man erzählen möchte, hätte es manche Dinge nicht gebraucht. Da gebe ich dir recht. Dobre dan. Schöner Tag heute. Ja, Alter. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, lass dich nie mit Serben ein. Zu spät. Nein, aber also da, das müssen wir auf jeden Fall deutlich machen. Ich finde das auch krass, dass es Leute gibt, die dann aufgrund von zwei Filmen so eine ganze Nation über den Kamm scheren. Alter, was geht denn ab? Das ist auch immer krass. Also guck dich mal ein paar andere Filme an. Dünn. Ja. Also vor allem, da kannst du ja manche Länder komplett verurteilen. Wenn du einen beschissenen Film nimmst und dann war es das. Ja, aber das sind halt die beiden Skandalösesten, die halt über die Landesgrenzen hinaus halt irgendwie, wo es heißt, die musst du gucken. Aber das spricht doch auch schon Bände, weil ich meine, ich habe mir das jetzt auch angeguckt auf Letterboxd. Das ist der einzige Film des Regisseurs und der hat wie viele? Elf Credits? Mhm. Der es überhaupt auf den Durchschnittswert bringt bei Letterboxd, weil den ausreichend Leute gesehen haben. Also der macht nun wirklich Stoff, was eher ein Nischenprogramm ist. Und dann stürzen sich aber halt alle auf den Schlimmsten, den sie gesehen haben. Und dann machen sie daraus aber irgendwie, bilden sich eine Meinung über Serbien. Das ist halt so dämlich. Ja, aber das wird dann oft auch noch unterfüttert von auch manchen Hollywoodfilmen, wo zum Beispiel Hostel spielt. Das hätte man, muss nicht da spielen, wo spielt. Man muss das da nicht hinlegen und sagen, da ist Schäbig, da geht man nicht hin. Ja, natürlich ist dann so der Balkan oder auch irgendwie Rumänien oder sonst alles. Also alles so Ostblock ist halt für USA sowieso stellvertretend mit völlig am Arsch. Und natürlich ist es dünn. Und natürlich sind dann eben auch die Serben in irgendwelchen Hollywoodfilmen sind dann tendenziell die Gangster oder halt irgendwie Leute, die es nicht ganz so ernst nehmen im Gesetz. Mit Trainingsanzügen, wohlgemerkt. Oh ja. Die Tracksuit-Mafia. Genau. Ja, nee, deswegen, es geht natürlich nicht klar. Also das sehen wir aber hoffentlich alle anders. Ja. Und ich bilde mir ein, die Leute, die uns zuhören, die denken jetzt auch nicht schlecht über Serbien, weil sie so einen Film gesehen haben. Ja, mir geht es um die Filmindustrie an sich so. Dass die Serben auch mal irgendwie die Kriminellen in einem Film sind, ist fein. Es gibt auch kriminelle Serben. Also so realistisch bin ich auch. Was? Ich habe es schon mal gehört von. Nein. Aber deswegen bin ich ja nicht gleich irgendwie, weißt du, also das finde ich halt auch albern, dass man teilweise so einen Film wie bei Maverick zum Beispiel, dass man so ein namenloses Land nimmt, weißt du, und so Antagonisten, wo man nicht weiß, zu welchem gehören die so. Also du, weil jetzt Russland irgendwie das Feindbild ist oder Arabien oder Serbien oder halt irgendwie mal irgendein südamerikanisches Land, da darf man ruhig mal anecken, finde ich so. Also da sollte man dann nicht gleich irgendwie so, ja, jetzt müssen wir uns so ein fiktives Land ausdenken, damit sich Bolivianer nicht irgendwie, weißt du, beleidigt fühlt oder so. Das finde ich halt auch albern. Ja gut, aber wie machst du es dann richtig? Du musst ja die Nationen dann quasi immer wieder abwechseln. Ja, ja, das ist ja fein. Also wenn jetzt Serbien natürlich in ihrem Film irgendwie der Antagonist wäre, dann würde ich schon sagen so, okay, hier läuft irgendwas schief. Aber wenn zwischendurch mal irgendwie eine serbische kriminelle Bande da irgendwie gegen Liam Neeson antritt, ist fein für mich. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, um Gottes Willen. Ja, aber dann ist doch irgendwo nachvollziehbar, dass sich halt die nächste Produktion denkt, ach, da waren die Serben, die Bösen, das hat gut funktioniert, dann machen wir das jetzt auch. Ja, ist okay. Wie gesagt, das finde ich legitim. Mir geht es halt nur darum, dass einer irgendwie zwei Filme sieht und dann denkt, okay, das ist die komplette serbische Filminustrie. Ja, ja, klar. Das ist halt eine Verallgemeinerung. Naja. Dass man jetzt Filmhandlungen und irgendwelche Charakteren in Filmen, dass man das von der Realität unterscheiden sollte, ich meine, das wäre ganz gut. Muss man jetzt nicht wirklich erwähnen extra. Die Transferleistung sollte man hinkriegen, ja. Das sollte man schon irgendwie machen, ja. Das ist drin, glaube ich auch. Cool. Okay, ja, hey, zwölf Preise hat der Film gewonnen. Achso. Kann ich irgendwo verstehen. Der bleibt auf jeden Fall sehr heftig im Hirn. Das sage ich. Glaube ich auch. Hat bei mir auch nachgewirkt. Also, den habe ich heute nochmal hochgesetzt. Gospodine Georgowicz, nicht schlecht, gute Arbeit. Oh je. Was habe ich hier? Minus 14 Punkte oder was? Hier haben wir euch drei. Naja, haben wir aber, glaube ich, alle. Ich glaube, das geht richtig. Ja. Fernab von den Punkten. Boah, ich bin so gespannt, wo ihr gelandet seid. Aber ich glaube, bei Gaspin bin ich deutlich zu hoch. Ich auch. Ja, ja, ihr seid alle deutlich zu hoch. Oh, fuck me. Ja, gut. Sollen wir auflösen oder beziehungsweise erstmal die anderen Punkte nennen? Ja, viele sind es nicht, aber sag mal. Das Budget haben wir noch nicht genannt, oder? Nee. 140.000. Die sieht man dann eben auch. Nicht. Ich weiß nicht, was die mit dem Geld gemacht haben, aber die haben es nicht in den Film gesteckt. Naja, es gibt schon ein paar Practical Effects hier, natürlich. Ja, okay. Einmal Atem ist mit der ganzen Crew fertig. So, 6,0 gibt es auf IMDb, überraschenderweise kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik auch keine Werte dafür vom Publikum. 3,4 von 5 und auf Letterboxd 3,1. Und jetzt wir. Dann fangen wir an, Li. Ich bin bei 6,5. 6,5, right. Absolut crazy. So, und guess, wo bist du gelandet? Ein. Mhm. Wow. Richtig mieses Stück Scheiße von Filmen. Oh, fuck. Two haters. Ich bin bei einer 5. Yeah, okay. Oh, wow. Dennis, 7. Okay. Wow. Ich habe mehr drin gesehen hier, offensichtlich. Alter, das ist okay. Was zur Hölle. Ja, gut, ich darf jetzt mal rechnen. Das wird lustig. Hat mich selber überrascht irgendwie. Aber zumindest war die eine Vermutung richtig, dass ich wusste, du bist am höchsten von uns. Ja, das war korrekt, ja. Ganz knapp. Wie auch sage, stimmt. Knapp, ja. Zugegeben, Li habe ich auch... Also, das ist ja verrückt, ey. Also, vor vier Jahren hätte ich den Film wahrscheinlich abgebrochen. So, irgendwie. Da konnte ich mit sowas noch gar nichts anfangen, aber mittlerweile... Ich war in den sechs Wochen, wo wir dieses Punkte raten vorab machen. In der ersten Hälfte war ich richtig gut bei Li. Ich habe ihn immer richtig eingeschätzt. Aber die letzten Male, Alter, wenn ich denke, der hat irgendwie einen Film scheiße gefunden, Out of the Furnace, war der da auf einmal voll positiv. Oder hier. Irgendwie schätze ich den falsch ein, die letzten Male. Ich weiß nicht, was da los ist. Zeigt sich hier von ganz neuen Seiten. Ist das so? Ja. Amko, wie findest du das mit den vorherraten? Den anderen einschätzen und so? Einiges schwieriger auf jeden Fall. Ja? Als Selbstrater? Als Selbstrater, ja. Aber wo ich das jetzt bei Spotify gehört habe, fand ich das irgendwie cool. Weil nach dem Film war es ja immer so, okay, man hat quasi rausgefunden. Ist einfacher, ja. Ist einfacher, wie wir einschätzen und so weiter. Von daher, ist schon cool. Okay. So, wie ist der Endstand? Nee, warte, so weit bin ich noch nicht. Ach so. Das sind sehr große Zahlen zum Rechnen. Ja, ganz zweistellig. Das sind sehr viele Zahlen. Ihr dürft euch gerne weiter unterhalten. Das könnt ihr auf mich warten. Ja, ich habe sogar etwas, was ich in der Zwischenzeit machen kann. Denn wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass wir mal wieder sehr krasse Schlutreherns waren. Und als wir die Losziehung hatten, gar nicht die Auftragsfilme für diesen Monat genannt haben. Jetzt haben wir schon die Hälfte der Auftragsfilme abgehakt. Stimmt. Aber wir haben gar nicht erwähnt, was wir diesen Monat denn überhaupt besprechen. Und ein paar sind ja noch übrig. Und wir dürfen erst mal hier präsentieren, dass wir in der nächsten Episode eine Geburtstagsepisode machen. Da wird ziemliche Bambule passieren. Wir werden jetzt nicht groß verraten, was da passiert. Aber wir reden über zwei Filme von unseren Auftragssupportern. Der eine ist Einer flog übers Kuckucksnest. Und der andere ist Lords of Darktown, The Darktown Boys für Marcy. Diese beiden Filme werden besprochen. Also sind nur zwei Filme in der Episode. Aber es könnte trotzdem ausatmen. So viel kann ich verraten. Und ansonsten werden wir den Rest des Monats noch reden über Army of Darkness für Erik. In der Support Episode. Wir reden über Scarface für Mr. Pink. Dann für unseren Kumpel Azubi Dennis. A Woman on the Influence wird diesen Monat besprochen. Woher kam dieser Pick diesmal? Der kam, glaube ich, aus dem Tarantino-Buch. Also der hat da kein eigenes Kapitel. Aber ich meine, der wurde erwähnt. Da wurde erwähnt. Du schon gesichtet? Ne. Auch noch nicht? Ich habe ihn schon da. Ich muss ihn nur noch die nächsten Tage mal schauen. Hätte ich mir denken können. Weil wenn du uns gute Filme aufträgst, sind das meistens welche, die du noch nicht vorher gesehen hast. Ja, stimmt. Sondern der Bodensatz sind meistens Filme, so wie ich sehe. Okay, Dennis hat die schon gelockt. Aber in letzter Zeit sieht es ganz gut aus. Stimmt, das ist ein bisschen besser geworden, die Quote. Ja, und als letztes gibt es noch Brick für Fabs und Ju. Das sind die Filme, die wir jetzt noch nicht abgehakt haben, beziehungsweise noch nicht im Kasten haben. Alle anderen, ja, müsst ihr euch theoretisch nicht darauf vorbereiten. Obwohl, am Sonntag könnt ihr noch, wie heißt der denn, Broken Flowers gucken. Ja. Weil in der Konstellation werden wir über den auch noch reden. Die Folge nehmen wir noch auf. Also, lieber morgen, Broken Flowers für Timo Weltenschreiner. So, ich hab's. So, jetzt aber. Ja, also das war natürlich eine wilde Runde, weil wir haben zwischen 6,5 und 8,5 Miesen mitgenommen hier. Alle. Jawoll. Hammer. Die Skala ist gesprengt. Ja. Damit haben wir einen Endstand von 10 Miesen für Amko. Okay. Nice. Zweistellig. Gratulation. Minus 7 ist das Maximum. Minus 7 und mehr. Drei drüber. Ja. Dennis hat 9 Miese. Wow. Okay. Wohlgemerkt, 8,5 davon in der letzten Runde jetzt. Krass. Und Gess hat 7,5 Miese. Nein. Tja. Und damit mal wieder, was soll ich sagen. Richter is the victor. Natürlich. 7 Miese für mich. Oh, so knapp doch, ja. Knappe Kiste, Alter. Halber Punkt, verdammt, ey. Halber Punkt ist geworden. 7 zu 7,5. Okay, da bin ich immer gespannt, wer da das Maximum nimmt. Auf jeden Fall über 7, beziehungsweise 7 bei dir. Das ist ein primären Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Alter, Alter. Ja, mit 9 und 10 Punkt kommt ihr nicht in den Lust, Freunde. Also, da ist das schon ein bisschen euch mehr anstrengend. Boah, aber wie bitter, ey. Bei Dennis sah es echt gut aus, Alter. Der hatte, wie Gess und ich, auch jetzt nur einen halben Miesen bisher. Okay. Am Co. 1,5. Ich habe euch genau falschrum einsortiert. Das ist eben das Unrecht. Hätte ich es andersrum gemacht, hätte es besser. Aber den einen Finger ist, Alter, Alter. Ja, ist hart. So viel zum Patrioten. Meine Fresse, ey. Zählt das? Ja, das zählt. Okay. Waren nur zwei, aber das lasse ich mal gelten. Das ist übrigens etwas, was ich auch immer sage. Ja, weiß. Da hätte ich auch meinen Namen draufstehen können. Alter, Alter, Alter. Nee, aber bei dir gibt es ein anderes. Ja. Ach so? Ja. Kommst du selber drauf? Ja, ich kann mir denken, welches es ist. Probier doch mal ein paar durch. So kurz? Ach so, nee, das werde ich nicht machen. Das ist jetzt wieder etwas, was du provozierst. Nein. Doch, doch, doch. Fast vielleicht noch reingefallen. Gess der Fuchs. Richtig. Wollen wir jetzt mal unser Bingo-Spiel auflösen. Was ist denn jetzt rausgekommen? Ja, super. Gang Boy! Ich habe jetzt zwei Minuten. Vor Feierabend habe ich jetzt einen, oder was? Alter, Alter. Ich habe auch nur einen. Ich habe null. Und du hast gar keinen. Ich habe drei. Du hast drei. Aber bestimmt sind die gefallen. Alle von mir. Ja, ich habe auch noch zwei von dir. Beziehungsweise eins von euch beiden. Lösen wir auf. Was mich wundert, weil, oh wow, ist eigentlich immer bei dir dabei. Oh wow. Habe ich nicht gesagt? Nein. Fein. Okay, krass. Ja, das ist definitiv immer dabei. Und Fein. Fein war auch nicht dabei. Also sonst. Ja, vielleicht beim Nachhören, aber dann zählt es ja nicht mehr. Ich bilde mir auch einen bei ganz vielen von. Echt so damit Fein? Hatte mich vorhin gefragt. Ja, Amko. Nicht aufgepasst. Aber auch hier, ich habe echt ziemlich, also insofern. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast. Entweder habe ich ihn bekommen. Auf das hier hättest du noch warten müssen. Das kommt gleich safe noch. Ja, okay. Wollen sie ja gleich auflösen. Du hast ja auch. Zu früh. Dann wäre es auch durch. Hemdsärmelig. Ja, ja, genau. Aber jetzt lösen wir das auf. Wir wollten es doch nochmal spielen. Da sind noch mehr Zettel. Da sind noch mehr Zettel, aber wir können die gleich mal durchshaken. Keiner weiß ja, welche er hat. Okay, okay, okay. Verstehen. So, das können wir dann danach machen. Ja, die vier hat er noch nicht gebracht. Kommt das hier wirklich auf Tor? Ja. Zeig mal. Echt? Zeig mal. Wovon wir es neulich noch hatten. Also auch gerne mal umgedreht. Hatten wir es erst neulich von. Oder sowas. Aber ja. Habe ich vorhin gesagt. Nicht? Ja. Aha. Hast du gepennt am Go? Ja. Ja, ja. Ja, aber das ist das eigentlich Schwierige. Die ganze Zeit dann diese Worte auf dem Schirm haben. Aber Dennis hat gut aufgepasst. Ja, ja. Das ist krasser Scheiße. Was wir hier teilweise bringen, ist schon eine interessante. Ja. Nur noch keine Zwischenbriefung. Ja. Nicht schlecht. Großartig. Das hier. Das war lustig. Hilarious. Absolut. Ja. Ich habe noch eine zweite Sache vorbereitet, aber die schieben wir in die Supporter-Episode. Oh, nur für die Supporter. Ja. Ja. Dann bedanken wir uns bei Amco und bei Dennis. Ja. Für diese sehr lustige Folge. Ja. Vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften. Genau. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir übergeben dann unseren Gästen das Schlusswort, oder? Und falls ihr noch was loswerden wollt, Family grüßen und so und dann drücken wir auf die Outro. War das eine Frage? Ja, ich gucke dich an, ob das okay für dich ist. Vielleicht wolltest du ja noch was. Gästen. Remember, there are no stupid questions, just stupid people. So, Breton. Habt ihr noch was? Nö. Alles gut. Nö. Ach, die Bescheidenheit. Schöne Grüße nach Duisburg natürlich. Yes. Schöne Grüße nach Duisburg. Duisburg. Hong-Town. Ja. Und natürlich den Rest der Republik und auch unsere Randzonenländer Österreich und Schweiz seien auch gegrüßt an dieser Stelle. Und alle Supporter, die da herkommen und alle Hörer auch. Du hast ja die Statistiken auf dem Schirm. Wie sieht es denn im Balkan aus, was so unsere Zuhörerschaft angeht? Da habe ich ja geguckt. Also Serbien war irgendwo, war nicht ganz hinten, sondern war irgendwo so mittendrin. Und da waren auf jeden Fall sehr exotische Länder teilweise in der Liste, von denen ich noch nie gehört habe. Wird vielleicht mit der Folge heute mehr. Vielleicht wird es mehr. Gucken wir mal. Bestimmt. Genau, wenn ihr das Vorschaubild dann sehen. Ja, und dann ausgerechnet der selber am niedrigsten hier. Ja, schon ein bisschen enttäuschend auch. Gleich wieder deabonnieren. Ja, muss ich leider tragen, dieses Kreuz. In diesem Sinne, sehen wir uns dann am Sonntag für die Supporter und auch wieder in dieser Konstellation und der Rest am Dienstag ganz so großen Birthday-Folge. Genau das. Sehr schön. Tschüss. Jetzt sind wir raus. Peace. Ciao. Bewegt Bild Banausen. Bewegt Bild Banausen.